Wenn man nichts zu tun hat. So, zunächst einmal haben wir was zu tun, weil ich habe mit dir jetzt hier den nächsten erfolgreichen und vermeintlich normalen Menschen, der sich entweder von mir und meinen Machenschaften oder dem gesellschaftlichen Narrativ dazu hat verleiten lassen, zu kämpfen, sich in den Wahnsinn treiben zu lassen, zu kämpfen. Dazu gibt es ja verschiedene Positionen, ob das jetzt so eine gute Idee ist oder nicht, aber irgendwie wird das mittlerweile cool und anerkannt. Von daher, gib uns auch nochmal einen individuellen Einblick darum, warum du das Ganze machst. Wie kommst du dazu, dass du jetzt in deinem doch mittelmäßig fortgeschrittenen Alter zum Boxen kommst? Erzähl mal, ich mache die Notifications aus in der Zeit. Inwiefern ich jetzt als normaler Mensch gelte, also im Sinne von statistisch normal sei es einfach mal dahingestellt, aber es ist tatsächlich so, dass Boxen seit eigentlich meiner Kindheit mein heimlicher, zunächst und später unheimlicher Lieblingssport gewesen ist. Also ich glaube, die ersten Kämpfe mit Mike Tyson, da habe ich schon, dass ich als Zehnjähriger nachts vor dem Fernseher gesessen und fand das einfach nur geil. Ich weiß noch, es gab damals eine Spielfigur, die hat Muhammad Ali gezeigt, irgendwie so eine Puppe, so eine Jungspuppe und das war mein erster Kontakt zum Boxen. Und ich habe dann über die Jahre weg immer wieder gespielt mit dem Gedanken, willst du boxen? Ja, nein. Und habe dann meine Abi-Vorbereitung, habe ich dann Boxtraining gemacht, also ich habe Sport-Abi gemacht. Aber dann einfach über Jahrzehnte hinterher schlichtweg keine Zeit und keine Gelegenheit gehabt, das irgendwie auszuarbeiten. Also das ist so Studium, Karriere, Blablub, Selbstständigkeit, Unternehmertum. Und jetzt ist gerade eine Phase, wo gerade alles zu passen scheint und ich hatte immer dieses, wie so ein Bucketlist-Ding. Also ich hatte immer dieses Ding, ich will einmal in den Ring steigen, also mindestens einmal, wer weiß. Mal schauen. Und jetzt gerade passt das irgendwie, ja. Und ich denke mir, ja, mit 51, also wenn nicht jetzt, wann dann? Okay, also es ist nichts, was dir jetzt so kürzlich zugetragen wurde und du dich dann da zu aufgerufen gefühlt hast, sondern es ist schon länger bei dir auf der Liste sozusagen? Es ist eigentlich schon immer auf der Liste und vor einigen Jahren sind ein paar Freunde und Kollegen von mir, haben aber so einen Boxkampf mitgemacht, das ist glaube ich auch schon 15 Jahre her. Und ich war einfach nur scheiße neidisch, weil die sich irgendwie die Zeit freigeräumt hatten und da trainieren konnten und Ähnliches. Ich dachte, ich will doch auch. Und jetzt passt das bei mir. Und das ist ja so eine Sache, ironischerweise, das ist ja auch recht normal, also die meisten Leute haben irgendwo eine Affinität zum Kampf oder zumindest, oder vielleicht sogar zum Kampfsport, finden das irgendwie von irgendeiner Perspektive ganz nice. finden das irgendwie ganz nice, aber kommen nicht dazu aus verschiedenen Gründen. Bei dir war es jetzt die Zeit und es stand schon auf der Liste. Und um da mal eben tiefer zu gehen, warum stand das auf deiner Liste? Was glaubst du, warum du da schon seit längerem Lust und nur keine Zeit für hattest? Also ich glaube, dass es eine, also im Kern war das wahrscheinlich ein Aha-Erlebnis als Kind, Grundschule, Schulhof, einer, der den Kopf größer war als ich und der mich immer so ein bisschen geärgert hat. Und man fühlt sich da eingeschüchtert und sowas und da hat der mich immer gehauen. Und irgendwann mal kam innerlich so der Schalter, sagt, ich hau jetzt zurück. Und es ist mir scheißegal, ob ich verliere, aber ich hau so lange, bis der auch weint. Und das habe ich geschafft. So, und ab dem Moment war, das war wie so innerlich so Schalter, so ein, okay, du brauchst dir nichts gefallen zu lassen. Und das war dann in den Jahren danach immer wieder so, also da, wo ich aufwuchs, war ich so das ein oder andere Mal durchaus anders als die anderen. Und dann kam es immer wieder so zu Pöbeleien und Ähnlichem. Und ich habe als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie viele Schlägereien ich hatte, aber ich hatte irgendwann mal diesen Schalter, ich lasse mir das nicht gefallen. Und seitdem ist es in mir drin. Also kommst du mir doof, dann werde ich mich zumindest wehren. Ich heiße nicht, dass ich gewinne, aber ich werde mich wehren. Das wird dir wehtun. Und ich habe das als eine, ja, das ist wie so eine Lebensmaxim, mit der mich seitdem begleitet. Und das ist, glaube ich, dieses, das ist irgendwas innen drin. Ich weiß es nicht, was es ist. Lass dir nichts gefallen. Und ja, deswegen, vielleicht wenn du es auf so einer metaphorischen Ebene siehst, hat natürlich Boxen was damit zu tun, dass du nicht nur auf die Mütze kriegst, sondern eben auch hauen kannst und austeilen kannst. Und dabei halt diese ganzen Punkte, die, glaube ich, in der Persönlichkeitsentwicklung auch wichtig sind. Ja, hab keine Angst vor Schmerzen, hab keine Angst vor Widerstände, hab keine Angst davor, dass es irgendwie nicht funktioniert. Sei mutig in dem Sinne, dass du dich einer Situation stellst. Sei diszipliniert, hab deine Emotionen unter Kontrolle und so weiter. Und wenn das doch so ist, also du das quasi bereits in dir drin hast, etabliert hast, auch schon in jungen Jahren gelernt hast, dir nichts gefallen zu lassen und dass das etwas ist, was in dir ist und du dich im Falle des Falles zur Wehr setzt und auch setzen kannst, was ja für die meisten Leute tatsächlich der Grund eher ist, um dieses Boxen überhaupt anzufangen, weil das noch nicht so ist. Wenn das bei dir doch schon so ist, wieso machst du jetzt noch den Kampf dafür? Es ist ein geiler Sport und irgendwie ist das theoretisch, es fühlt sich so theoretisch an und ich will, mir ist im Prinzip auch egal, wie dieser Kampf verläuft. Also es ist mir im Prinzip egal, ich möchte mich in die Situation begeben. Ja, weil ich mir da so ein bisschen wie ein Schiss hervorkomme, wenn ich sage, ja, ich will eines Tages meinen Boxkampf machen, aber das nicht gemacht zu haben, geht eigentlich nicht. Also ich kann diese Aussage eigentlich nicht so treffen, ohne nicht wirklich im Ring gestanden zu haben. Also ich will wissen, wie es ist. Und dieser Prozess jetzt hier beim Training allein die letzten Wochen war, das war schon so geil, ja. So, weißt du, angebrochene Rippe, diverse Schmerzen im Körper, weißt du, beim ersten Training, wo ich kaum die Arme irgendwie oben halten konnte, nach Ewigkeiten wieder, weißt du, diese ganzen Kleinigkeiten und das gehört ja irgendwie dazu. Also, weißt du, ist dieses Ziel, 9. Dezember und ich will da voll fit sein. Okay, das heißt, du möchtest das, was du da schon hast, auf der juristischen Ebene hattest, so auf die Maxime treiben im Prinzip. Also das einmal so in der reinen Form erleben, was dich aber schon länger in deinem Leben begleitet irgendwo. Im Prinzip in anderer Version begleitet mich das schon immer, weißt du, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele juristische Prozesse, Selbstständigkeit, Mitarbeiter, Gedönsfeuern, Kunden, Konkurrenten, blablabla, dieser ganze Scheiß, den du halt im Alltag machen musst, wenn du dich irgendwie unternehmerisch durchboxt, der halt irgendwo dazugehört. Und das ist jetzt so eine geile körperliche Ebene, ich finde es großartig. Und würdest du vermuten, dass es dadurch, was ja auch sich, wie gesagt, stark durch die Gesellschaft zieht, dieses Kämpfer-Narrativ, dadurch irgendeine Veränderung oder irgendeine Verbesserung, was dieses Thema angeht, also dass der Kampf, egal ob der jetzt auf der physischen oder auf der metaphorischen Ebene stattfindet, dass du da irgendwie besser drin werden möchtest oder ist das einfach nur für den Check-of-the-Bucket-List? Also hier ist erstmal Check-of-the-Bucket-List, aber ich merke natürlich auch, es macht was mit dir. Also wenn du so ein Training machst, wenn du in so einem Prozess drin bist, wir sind alle doch häufig weichgespült, also in bestimmten Situationen, Diskussionen etc. Ich glaube, das ist ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen, dass wir uns alle eher so aneinander kuscheln und ein bisschen arg im Konsensmodus sind. Und wenn da einer mal sagt, ich habe eine andere Meinung oder ich sehe das so und so oder ich ziehe jetzt was anderes durch oder ich mache mein Ding, das ist etwas, was wir, glaube ich, gesellschaftlich eher abtrainiert bekommen. Und ich glaube, dass diese Rolle, du stehst jetzt alleine irgendwo und machst alleine irgendwo dein Ding, auch dieses Komplette, du bist verantwortlich für das, was du tust. Machst einen Fehler, kriegst du auf die Mütze. Machst es gut, hast einen Erfolg. Das ist etwas, was wir versuchen, gesellschaftlich in die wegzudrücken. Weißt du, Schule, Gruppenarbeiten, Kuscheln, Meetings, Konsenskultur. Und ich finde, so als Individualist, der immer wieder bei sowas mitspielen muss, habe ich schon manchmal Schmerzen, weil ich merke, geht mir auf den Sack, klar, lass mich einfach mein Ding machen. Und das jetzt hier so ausleben zu können, ist geil. Du willst noch mehr dein Ding machen. Ich würde behaupten, du bist ja schon ein Mensch, der das eigentlich zu seinem großen Dogma erklärt hat. Ja, weiß ich nicht, ob noch mehr, aber ich merke dann schon auch, dass ich hier und da auch manchmal Kompromisse eingehe, die ich eigentlich sogar nicht eingehen möchte. Oder wo mein Hirn, meine Analyse dann manchmal sagt, ja, mach's. Meine Intuition manchmal etwas anderes möchte. Und ich glaube, dass es immer so ein Spiel ist, dass du diese beiden Kräfte ausbalancieren musst, austarieren musst, was passt jetzt gerade wo. Und dass man manchmal aufgrund von Konsens oder Analyse, also sehr Kopflastigkeit, so ein bisschen gegen die Intuition geht. Und ich glaube, dass das Menschen innerlich irgendwo schwächt. Also ich glaube, dass wenn Menschen ihr Ding machen, etwas machen, wo sie aus dem Bauch heraus mit Leidenschaft dabei sind, dass sie im Leben besser performen, dass sie bessere Menschen sind, dass die Menschheit besser funktioniert. Mein Gott, was für hehre Themen, ja, hohe Themen. Und ich glaube, das ist ein Muskel, den man trainieren kann. Guten Tag. Guten Tag. Ich grüße Sie. Okay. Also, dass es da beide Teile natürlich ihre Daseinsberechtigung haben und das Mensch und Zusammensein auch irgendwie ausmachen, sowohl das Individuelle als auch das Gemeinschaftliche, was ja irgendwie Kompromisse eingeschrieben hat, aber dass da zumindest im Allgemeinen irgendwie ein Unverhältnis herrscht und dass man das mal angehen könnte. Weißt du, dieses Unverhältnis, wenn die es auf die gesellschaftliche, das ist natürlich gerade ein Trend, Menschen boxen. Es gab ja schon vor, was weiß ich, 15, 20 Jahren in Deutschland, so diesen großen Trend mit Boxen, als das ständig im Fernsehen kam. Guck mal, die Wespe besucht uns hier. Da war das ja schon irgendwie cool. Und dann ist es verschwunden aus der Wahrnehmung. Und gerade kommt das irgendwie wieder. Und es ist auf einem höheren gesellschaftlichen Akzeptanzgrad. Ich finde es geil. Und da du ja auch ein Mensch bist, der irgendwie so am Zahn der Zeit draufsteht, du bist ja auch einer von denen, die diese geweltachtlichen Schwingungen so ein bisschen mitnehmen oder zumindest auch ausformulieren, so mit dem, was du machst. Du bist ja quasi auf der großen Bühne, während die Gesellschaft da mithört und dich aussprechen lässt, was quasi gesellschaftlich gerade vor sich geht. Würdest du sagen, was glaubst du, warum das gerade wiederkommt in dieser Form? Weil das war ja damals, wie du gesagt hast, schon eher so eine Liberationsgeschichte, die Befreiung, der Kampf, der da auf eine sehr, sehr intensive und pure Art und Weise dann konzentriert wurde, ist dann kurz verschwunden und kommt jetzt wieder über YouTuber-Boxen aus den USA und Pipapo wieder hier in den Raum rein. Diese Bewegung, wie würdest du die beschreiben oder wie würdest du die bewerten? Also ich glaube, vor damals, ich weiß nicht, ob die Älteren werden sich erinnern, vor der Phase Henry Maske und so, ja, da war das immer so eine Art Schmuddelecke. Also das war, ja, Boxen, die Idioten, ja, so. Dann gab es so den großen Gentleman-Boxer, dann hatten wir einige Jahre in Deutschland so diesen großen Box-Boom. Aber damals gab es nicht die Möglichkeit, das wirklich so auszuleben und es sich auch gegenseitig zu zeigen. Und das ist gerade nach kurzer Zeit in so eine Versenkung verschwunden. Und jetzt haben wir aber Social Media die Möglichkeiten, das zu machen. Sehr vieles ist weitaus dysregulierter, als es noch vor einiger Zeit war. Unternehmer, Leute, die wie du sagen, okay, ich mache jetzt hier mein eigenes Gym auf, meinen eigenen Club auf und ziehe jetzt hier mal durch. Das gab es vor vielen Jahren in der Form noch nicht. Und dadurch, dass die Gesellschaft generell sich weiterhin individualisiert, also wir machen alle unsere Dinge, können das machen, hast du einfach heute die Möglichkeit, sowas zu machen. Und dann finden sich eben auch die Fans, die halt über Jahre hinweg irgendwo sich versteckt haben. Oder auch die Typen, die so bescheuert sind, in den Ring zu steigen und sich zur Not die Presse polieren zu lassen. Okay, also du glaubst, das ist einfach wieder Timing und Gelegenheit, so wie es bei dir jetzt auch der Fall war. Früher gab es nicht die Zeit, nicht den Raum. Ich wollte damals zum Beispiel in den Boxclub gehen, so ganz klassisch, so richtig normal kämpfen. Und dann gab es aber eine Altersobergrenze. Ich weiß nicht, wo die war, 30 oder 32 oder sowas, wo man dir gesagt hat, du bist zu alt, um jetzt Amateurboxen zu machen. Ja, dann bist du dann 33, 34 und denkst dir, scheiße, jetzt bin ich zu alt. Ja, gut, dann halt nicht. So in alter Denke wäre gewesen, ja, die Boxerzeit ist vorbei. In der heutigen Denke kannst du mit 50 immer noch in den Ring steigen, weil es Leute gibt, die sowas organisieren. Und ich fühle mich noch einigermaßen fit. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass ich geriatrisch da in den Ring kriechen werde, sondern also die Möglichkeiten sind da. Deswegen, why not? Aber was glaubst du, also es ist ein sehr großes Thema. Ich meine, für dich ist die Sache ja das Warum sozusagen schon klar. Deswegen schieb dich mal so in den Punkt, den ich überhaupt sehr interessant finde, weil ich komme ja auch noch aus der Zeit, wo das eben für so eine ganz exklusive Gruppe nur war und habe halt miterlebt, wie das mittlerweile so im normalen Raum angekommen ist, im öffentlichen Raum angekommen ist, da auch akzeptiert wird. Also ich habe sowohl auch den exklusiven Charakter innerhalb dessen erlebt, sodass man sagt, okay, Leute wie du, was wollt ihr eigentlich? So verpiss ich. Wir wollen hier nur echte Haudegen und Kämpfer haben, die auch mal in den Ring steigen auf professioneller Ebene. Das war natürlich von unserer Seite aus die Begründung, die Rationalisierung dieser Abspaltung davon. Auf der anderen Seite gab es aber auch innerhalb der Gesellschaft super, super starke Ablehnung. Also wenn du früher zum Beispiel Kampfsport-Events veranstalten wolltest, das war ein Marathon und ein Hürdenlaufen mit den Behörden, da bist du als Kämpfer wahnsinnig geworden. Das haben die dir so schwer gemacht. Ich weiß noch, was mit dem Cage-Fighting losgeht, also da Cage-Fights aufzustellen oder Cage-Fights zu machen mit Käfigen, nicht mit Boxringen. Das war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da gab es witzigerweise so einen Bodo Elsberg, bester Mann. Nee, Bodo Elsberg, wie hieß der nochmal? Aber Bodo hieß der auf jeden Fall. Der hat immer es geschafft, auf seinen Veranstaltungen Cages stehen zu haben, während alle anderen das nie geschafft haben. Alle mussten immer in einem A-Kämpfer im Boxring machen, was total bescheuert ist, weil die Arme fallen da rein und so weiter. Das macht keinen Sinn. Und irgendwann hat er irgendwann mal auf der Veranstaltung, da war ich dabei, wurde der Bodo gefragt, sag mal, wie hast du das geschafft, dass du immer Cage machen konntest? Wir haben das nie genehmigt bekommen. Er ist so, achso, ich habe nie gefragt. Aber es war unmöglich. Die Gesellschaft war total dagegen, Kämpfen jetzt auf der öffentlichen Bildung darzustellen, weil das irgendwie noch nicht vielleicht kontrollierbar schien. Ich habe das Gefühl mittlerweile, ist das auch, wenn man sagt, okay, da ist dieser Konsens- und Kompromisscharakter, ist wieder sehr eingebürgert worden, das Ganze. Es hat einen viel, viel weicheren Charakter. Es hat nicht mehr dieses harte, antagonistische Gegen. Das ist jetzt irgendwie etwas, das man für die persönliche Entwicklung und für die Selbstoptimierung tut. Man kann das jetzt auch benutzen, um ein besserer Unternehmer zu werden. Man macht das nicht mehr anstelle von Unternehmen, sondern fürs Unternehmen. Das ist so ein bisschen kommerzieller geworden, das Ganze. Also ich glaube, es wird transformiert auf eine höhere Ebene. Und da hat es von Anfang an eigentlich hingehört. Und natürlich gab es dann die kleinen Gruppen von so, wie sind die echten? Und was du da gemacht hast, ich meine, ey, um Himmels Willen, ich würde sowas niemals tun. Aber auch einfach kognitiv würde ich sagen, das ist nicht meine Welt. Das ist bescheuert. Also warum sollte ich nicht einfach mal in den Boxring steigen können und sagen, okay, jetzt die Prinzipien, die ich woanders im Leben anwende, Training, Fokus, Überwindung etc., Risiko, warum soll ich das nicht einfach übertragen? Und ich glaube, dass da einfach eine Öffnung stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und man muss auch sagen, dass es verschiedene soziale Milieus sind. Also ich war hier auch in Köln schon in einigen Clubs, wo ich immer mal wieder so zwei, dreimal zum Probetraining, wo ich sage, oh Leute, wo ist meine Uhr? Wo ist meine Uhr? Ich muss hier nicht bleiben. Das macht keinen Spaß. Aber hier bei Milk & Honey, es macht ja Spaß. Das sind ja nette, intelligente Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Und auch du bist, mit Verlaub, also ich kenne doch die ein oder anderen Kämpfer, du bist schon eine, ich sage mal, intellektuelle Ausnahmeerscheinung. Auf der Art und Weise, wie du denkst, wie du tickst, wie du dich ausdrückst, was du beruflich machst und so weiter. Das ist eine Ausnahme. Und das darf man auch nicht übersehen. Also es hat schon diesen blutigen Straßencharakter, diesen etwas rotzigen, halblegalen Geschmack, den findest du auch noch. Und auch, ich kenne auch die ein oder anderen Boxer, wo ich sage, also mit euch würde ich jetzt nicht unbedingt einen Podcast machen wollen. Oder auch eure Motive, warum ihr das macht, muss es nicht sein. Ja, es ist halt in beiden Fällen bisher sehr geschlossen gewesen jeweils. Also natürlich dann, das Bubble-Ding ist immer das, was die Sache irgendwie so ein bisschen dumm und ein, sondern macht. Und da das jetzt beide Räume erfasst, sowohl, oder zumindest bestimmte Stränge von dem, was es mal war, in das, was es mal ist, jetzt fortschringen, da ist natürlich viel, viel mehr mit möglich. Ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant, wie das überhaupt passieren könnte. Du willst was sagen? Ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, insgeheim finden alle Jungs irgendwie die Türsteher vor den Clubs irgendwie geil und cool, weil die so Alpha. oder die, ich glaube, diejenigen, die sich damals, was, intellektuell in der Schule, Aggressionsunterdrückung, du musst das doch ausdiskutieren und sowas. Ich glaube, wir haben etwas in uns, was genau weiß, es gibt so eine Art von Stärke, die, die ist da und die spürt man und das findet auf irgendeiner hierarchischen Ebene statt. Und ich glaube, wir drücken das immer weg. Und insgeheim bewundern, glaube ich, total viele Menschen, die Leute, die dann sagen, okay, zur Not haue ich dir auf die Fresse und ich setze mich jetzt durch, weil sie sich das niemals trauen würden. Und ich weiß noch, wie das damals als Kind für mich gewesen ist, vor diesem allerersten Mal, also das allererste Mal, bevor du beginnst, dich zu wehren oder später, Schlägereien mit Skinheads oder auf irgendwelchen Jugend, in irgendwelchen Jugendclubs oder so. Dieser erste Schritt, dieses erste, okay, darf ich das? Geht das? Macht man das? Und in dem Moment, wo du es machst und du merkst, das ist auch eine Taktik, die zum Erfolg führt, die überhaupt nicht gesellschaftlich anerkannt ist, die böse ist, die pfui ist, merkst du aber, dass es etwas mit dir macht auf einer höheren Ebene und das spüren andere Menschen. Und ich glaube, diese Möglichkeit, jetzt in ein Ring zu steigen und es wirklich zu machen, eröffnet einfach Leuten eine Option, die sie bislang im Leben so nicht ausgelebt haben oder nicht auslegen konnten. Ich bin sehr gespannt, also tatsächlich, wie ich das so formuliere, das ist ja so der Anfang dieser Zeit oder der Anfang dessen, dass das jetzt diese höheren Ebenen sozusagen schreibt, dass das sublimiert wird, nicht mehr von diesem Primitiven, was es mal war, wo dann nur die dummen Haudegen sich auf die Fresse gehauen haben, sondern dass das jetzt etwas ist, was für das große Ganze zuträglich ist. Finde ich sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, welche Tendenz das einhält. Also ob das entweder eine komplette Vermischung ist und wie das halt immer so ist, die Dinge zusammenkommen oder ob es von der einen Seite oder eher zur anderen Seite führt. Also ob das die gesellschaftlich etwas primitiver macht oder ob das das Primitive aufkauft, so neoliberalistisch umformuliert und quasi diese ganzen einfachen und eigentlich antagonistischen Tendenzen, die dieses kämpferische Jahr hat oder dieses rohe, primitive, körperliche Jahr hat zu dem sehr ausformulierten, eloquenten gesellschaftlichen, ob das das nicht aufkauft. Sodass es quasi da sagt, ja, es ist jetzt gut, so wie das mit der Sexualität ja zum Beispiel immer war. Früher war das ja etwas ganz, ganz Abgetrenntes, Privates. Darüber konnte man nicht sprechen. Das hatte irgendwie einen sehr, sehr tabuitisierten Charakter. Dann, wenn du das zurückverfolgst, irgendwann mal ging das aber los, dass Sexualität jetzt öffentlich vollkommen akzeptiert und auch gern gesehen, gern besprochen ist. Was das aber mit der Sexualität per se, also von den Individuen gemacht hat, ist eher, dass sich da die ganze Intensität, die ganze Lust, die ganze Intimität oder so öffentliche geworden ist. Und vor allem hast du jetzt plötzlich so Sollbilder im Kopf, wie es zu sein hat. Genau das. Und das führt dann wiederum zu einem Verlassen deiner selbst. Ja, das heißt genau das. Das heißt, dass es eigentlich mal sein sollte, ein Weg zu dir selbst oder zumindest zu einer direkten Verbindung. Oder zu einer, zu zweit, also nicht. Oder zu sechs, was auch immer. Oder nicht zu Bildschirmen und ich. Zum Beispiel. Oder einfach mit dir und der Gesellschaft. Das ist das, also mit dir und dem öffentlichen Raum, dass du dich jetzt nur noch, sogar deine sexuellen, befriedigst, eins, zwei, drei, sogar deine sexuellen Bedürfnisse im gesellschaftlichen, im öffentlichen Raum befriedigt, in Anführungsstrichen, werden und nicht mehr zwischen den Menschen. Das heißt, das führt dich nicht mehr weg von der Gesellschaft, sondern das führt dich eher hin zu der Gesellschaft. Dass da jetzt diese eigene, persönliche Sexualität so ein bisschen entprivatisiert wurde, veröffentlicht wurde, aber dadurch eigentlich auch das Individuum selber immer weniger Lust und Spaß und Gefühl in der Sexualität hat, sondern das einfach nur noch so da oben rumdümpelt. Du kriegst es ja in jeder Straßenecke, alles mögliche über Sex gehört, aber selber fickt keiner mehr wirklich. Also es ist oversexed in der Gesellschaft, under fucked im Individuum und das ist total krass. Und ich habe so ein bisschen eigentlich ist mir das schon egal, aber ich befürchte so ein bisschen, dass das ähnlich mit dem Kampfsport passieren könnte. Dass auch der Kampfsport etwas wird, was mal da so stark gegen ging und darum ging, okay, ich mache jetzt hier mein Ding und ich bin jetzt hier mal einfach frei und wild. Oder eben, ob der Kampfsport oder das Kämpfen stark genug ist, um da zumindest gegenzuhalten oder eben sogar eine andere Tendenz zu etablieren. Das ist so die Frage, die ich mir da stelle. Das glaube ich nicht. Und zwar, weil eine Sexualität hat jeder. Die ist da. Kämpfen und die Bereitschaft, allein jetzt hier so ein Training zu machen. Und du weißt, wir haben hier alle möglichen Leistungsgruppen und sowas. Es ist nochmal eine andere Form der Überwindung, allein so eine kleine Sparringsrunde zu machen und wach zu sein und zu wissen, wenn du jetzt nicht aufpasst, kriegst du auf die Mütze. Und diesen Schritten, genau um den geht es. Also in dem Moment, wo du einen Gym betrittst, wo du Handschuhe anziehst, wo du sagst, okay, ich lasse mich jetzt auf diesen Prozess ein. Dann bist du, glaube ich, in einer Nische wie in anderen Nischen auch. Warum sind so viele übergewichtig? Weil sie ihren Körper nicht spüren. Warum sind so viele, was weiß ich, arbeiten nur, weil sie außerhalb der Arbeit nichts haben etc. in ihrem Leben. Und ich glaube, es wird immer eine Nische bleiben. Eine Nische, die andere Leute vielleicht interessiert beobachten und die vielleicht größer wird. Aber ich glaube nicht, dass das eine Art Trend wird, so wie Tennis oder Fußball oder wir machen das jetzt alle und das müssen wir zu Boris Becker Zeiten, müssen wir alle einen Tennisschläger in die Hand nehmen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, Trend ist natürlich, also es ist ohnehin schon Trend. Entweder man macht das oder man guckt das oder den Charakter hat es schon. Nur ob es etwas wird, das auch dementsprechend seicht wird. Das ist ja so das, was es, also die Sexualität hat es irgendwie geschafft, obwohl das ja eigentlich unvorstellbar mal gewesen sein muss. Ich war nicht da, von daher keine Ahnung, aber auch Sexualität ist ja sehr, sehr seicht geworden. Das macht eigentlich nichts mehr. Im Endeffekt ist es so ein jeweiliges Masturbieren am Partner bei den meisten Leuten. Da passiert nichts mehr. Das hat keinen transformativen, keinen wirklich menschlichen Charakter mehr. Das ist nur so ein Wichsen mit Partner im Prinzip. Und ob es das beim Kämpfen auch wird, weil ich sehe zum Beispiel auch in den Kämpfen, also Generationen-YouTube-Kämpfer, das sind auch, also ganz ehrlich, so unser eins, natürlich die alte Generation schüttelt immer den Kopf, aber wir sagen, also was ist das da? Ich muss gestehen, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich gucke mir nicht mehr was an. Ich gucke mir die großen Kämpfer. Es interessiert mich auch nicht. Deswegen berichte ich davon. Ich habe vor Jahren irgendwann mal bei, was war das, RTL-Promiboxen oder sowas, mal kurz reingesetzt und dachte, das ist einfach nur fucking peinlich. Zum Beispiel. Zum Beispiel Promiboxen, aber auch so das, was man jetzt heutzutage zumindest hier, also als Profisport bezeichnet, hat diesen darstellerischen Charakter, diesen pornografischen Charakter schon viel, viel stärker, als es bei unserer Zeit war. Früher so, wenn du irgendwie in so einem Vollbruchskämpfer eine Kamera in die Schnauze gehalten hast, und man hier so, halt die Schnauze, verbiss dich, da gab es ganz wenige, die darauf Bock hatten, weil das dem ja eigentlich stark entgegen geht mittlerweile so, das ist das, was du machst, bevor du kämpfst. Also du musst erst mal groß werden und wir sprechen ja auch gerade hier, ganz viele Leute kommen und sich dafür interessieren. Und dass das jetzt irgendwie zunächst einmal der erste Schritt ist und dann irgendwie Kämpfen dazukommt, setzt dieses Verhältnis, ich bin wieder sehr gespannt, ob das noch kippt, weil bis jetzt gerade ist Kämpfen so ein, keine Ahnung, wie Tennis. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ich glaube ganz sicher, also ich meine, ich meine, dass es nicht diesen Tennischarakter oder diesen Breitensportcharakter bekommen wird, einfach deswegen, weil sehr viele eine Hemmung haben, sich tatsächlich in so eine Situation zu begehen. Ja, also ja, vor allem aber auch du und die Leute jetzt hier, weil natürlich, ich mache das natürlich nicht, also auch wenn wir das jetzt hier mit Podcast Pipapo aufziehen und Mick & Honey aussehen wie ein hochklassiges Wohnzimmer, natürlich hauen wir uns hier auch richtig auf die Fresse. Ich mache da ja nicht mit, also du kennst das ja auch auf diese Art und Weise nicht. So unsere Kämpfe, auch wenn das Ben war, der da noch vor zwei Jahren auf dem Sägeboot gesessen hat mit 50 Kilo Plus, so als er gekämpft hat, ist der K.O. gegangen und nicht, weil das ein Lucky Punch war, sondern weil die sich dumm und dämlich gehauen haben. Das heißt, diesen Übergang, das sage ich, den zu schaffen, also wirklich von der einen Seite die Leute abzuholen und aber tief reinzuführen, wirklich in das echte Kämpferische, das ist eine hohe Kunst. Und wie du schon sagst, ohne mir jetzt hier die Lobby aufzusetzen, das ist eine hohe Kunst, die nicht viele können, ich kann das. Aber viele von den Leuten, die jetzt verstehen, ach krass, das ist ein Markt, die werden auch innerhalb dieser Generation geboren. Das heißt, die werden selber gar nicht mehr wirklich kämpfen. Die werden Trainer, es wird Trainer geben, die darauf ausgeglichen sind, YouTube-Trainer zu sein, Boxtrainer zu sein, die aber selber überhaupt nicht wissen, was Kämpfen ist und damit verwässert das, verwässert das, verwässert das immer weiter. Ich sehe so viele von diesen Angeboten, die so, ja komm, ich zeige dir jetzt so, ich so, woher willst du das wissen, wie man kämpft, wie mein Hausmeister. Also ich möchte an dieser Stelle mal eine Lanze brechen für den Jonas, er macht das fantastisch und er hat das so, bei mir ist es sofort, das sind die Stärken und das sind die Schwächen und dieser Prozess, also mit dem man durch diesen Prozess durchzugehen, ist ein Genuss. Ja, danke dir. Ich weiß, dass ich das gut kann, ich weiß auch, dass ich eigentlich ein viel, viel besserer Trainer oder größerer Trainer sein könnte, als ich es bin. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, es ein großes Studio und Pipapo zu machen, weil wie gesagt, das finde ich wiederum zu exklusiv, dann hast du diesen Wettkampfwerk da wieder so stark, dass Leute wie du da nicht wirklich zur Geltung kommen. Ich mag das lieber, das, was wir machen, diesen, das ganze Spektrum zu zeichnen von wirklich primitiv und einfach und martialischer Kampf zu dem Unternehmertum, zu der Welt, wo das dann später mal sublimiert stattfinden soll. Das finde ich, eine Sekunde, das finde ich super, super geil. Aber ich glaube, dass sich tendenziell, wenn ich jetzt hier diese ganzen YouTuber-Fight-Nights angucke und sowas, das sind keine, und das ist lustig zu sagen, das sind keine richtigen Kämpfe. So, da gibt es die Leute, die steigen in den Ring, die sagen, okay, wir kämpfen jetzt, aber die kämpfen nicht, weil die nicht wissen, wie man kämpft, weil die nicht sich da stundenlang gegenseitig gegenübergestanden haben und sich lieben, aber trotzdem umbringen wollten. Die haben das nie gehabt. Die haben nur ein bisschen Pratze gemacht, die haben YouTube-Tutorials geguckt und dann glauben die, dass es kämpfen, aber es ist nicht kämpfen. Und das, was Ben da hat und was andere Leute da auch jetzt hier durchgelebt haben, das ist sehr, sehr schwierig zu finden, weil da ist so viel Seichtes drumherum, dass ich glaube, so tendenziell wird das total verwässern. Du hast mir, wie hast du mir gesagt, ich hätte die richtige Dosis an Bad Intention. Zum Beispiel, ja. Also, dass man dann halt auch eine gewisse Grundaggressivität oder eine gewisse Bereitschaft, sich dann auch wirklich durchzusetzen oder nochmal einen draufzuhauen hat. Wenn ich jetzt mal diesen Prozess anschaue, den du gerade geschildert hast, also du bist irgendwo jemand, der, was weiß ich, ein Büromensch ist, der gelernt hat, mit dem Kopf Entscheidungen zu treffen, der im Alltag funktioniert, der Papa ist, Mama ist, weißt du so, das sind ja lauter Limitierungen, die irgendwo auferlegt werden. Und jetzt hast du, glaube ich, hier einen Prozess zu durchleben, wie bei jedem unternehmerischen Projekt im Leben. Du steigst ein in den Dschungel, du kennst die Regeln noch nicht, du weißt, da gibt es aber fiese, gemeine Viecher, auf die musst du aufpassen, dann hast du bestimmte Stärken, dann hast du bestimmte, du kriegst eine Machete in die Hand und sagst so, in den und den Schritten gehen wir durch diesen Weg durch. Und was dabei passiert ist, nicht nur körperlich was, also meine Frau meinte letztens, sie sieht schon was, das ist schön. Und es ist auch, es ist auch ein innerer Weg, den du gehst. Und wenn du dann irgendwann mal angekommen bist, so, ich freue mich auf den 9. Dezember, wie gesagt, weißt du, was du getan hast für diesen Weg. Und dann geht es letztlich nicht um den Kampf an sich, es geht wie bei allem, es geht immer um den Prozess dahin. Und dieses, das ist ja auch so eine Fehlannahme, dass man sagt, es ist ein guter Kämpfer oder schlechter oder guter Unternehmer oder schlechter, guter Verkäufer, schlechter, guter Liebhaber, schlechter Liebhaber. Aber du musst dich tief in diesen Prozess hineinbegeben, so tief du eben kannst und bereit sein, diesen Prozess zu gehen. Und das ist ein Algorithmus, der eigentlich überall gilt. Ja, das stimmt. Und ich merke auch, und das, warte mal ab, wir reden in zwei, drei Wochen nochmal, wenn es richtig losgeht mit dem harten Sparring und den harten Sachen, weil bis jetzt sind wir natürlich auch noch in der Ebene, wo das irgendwie übertragbar ist. Aber warte mal ab, bis das richtig dreckig wird. So warte mal ab, bis diese Vorbereitung an den Punkt geht, wo das nicht mehr gesellschaftsfähig ist, wo man denkt, das kannst du doch keinem erzählen, was wir hier für eine Scheiße machen. Aber der Punkt wird kommen. So weißt du, der Punkt wird kommen, wo das nochmal richtig primitiv wird. Ich benutze das Wort heute sehr oft, aber ich finde das auch sehr passend. Wo das richtig primitiv wird. Und ich behaupte, nur um das jetzt nochmal von dir wegzunehmen, ich weiß, dass du diesen Weg gehen wirst, weil ich diesen Weg gestaltet. Natürlich gehen wir an den Punkt, wo das dann richtig losgeht. Und ich würde niemals was anderes machen. Aber ich spreche ja nicht von dir, ich spreche von dem Kämpferischen als solches. So wie das jetzt langsam seinen Weg, du kannst nichts zu sagen, deswegen führe ich eigentlich ein Selbstgespräch, ist mir schon klar, wie das langsam seinen Weg reinfindet. Und ich glaube, wenn du deinen Kampf gemacht hast, bei anderen, vielleicht interessiert dich das danach, mal guckst. Das wird ja wahrscheinlich auch in ein paar Wochen oder ein paar Monaten irgendwelche Programme geben, die in deinen Kreisen dann auch zirkulieren. Dass du da mal guckst, wo der Unterschied ist, wo der Unterschied ist zwischen dem, was du machst und zwischen dem, was da dann gemacht wird und getan wird. Das wird ein Unterschied im, vielleicht, es ist glaube ich noch nicht ein Unterschied im Grad, sondern tatsächlich sogar in der Art. Ich glaube, es wird etwas ganz anderes sein, weil es niemals diese Ebene erreichen wird. Das ist, die Ben sage ich schon, ich hatte gerade Ben im Kopf, sorry. Jonas, diese Transformationen, ja, Ben Podcast unscripted, der hier mir das Türchen aufgemacht hat, wir haben uns auch darüber unterhalten. Das ist doch das, worum es bei allem geht, wenn du wirklich mit Eiern und Herzblut eingehst. Weil du weißt, irgendwann mal kommt ein Moment, wo sie alle abschmieren oder wo ein Großteil sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit seit dem Vierteljahrhundert mittlerweile mache. Du hast Leute, die sagen, ich könnte theoretisch alles. Die haben alles durchdacht, haben jegliche Ausbildungen, könnten, könnten, könnten. Und plötzlich stehen die, was weiß ich, bei der Selbstständigkeit vor einer Bank und sagen, scheiße, jetzt muss ich meinen Kredit aufnehmen und ich muss das jetzt wirklich durchziehen oder ich muss es mal einen Job kündigen oder ich muss es mal an einen Ort wechseln. Also es stehen Lebensentscheidungen an. Und es ist alles so lange geil, solange es theoretisch ist und du kommst dir cool vor. Und dann fragen sich die Menschen, warum es immer nur wenige schaffen. Also bis zu irgendeiner gedachten Spitze oder die und jenen haben Erfolg, ich könnte das doch auch. Nee, eben nicht. Weil dreckig in irgendeiner Form oder richtig anstrengend wird es überall. Es ist völlig egal, in welchen Bereichen du bist. Du baust jetzt hier dieses Dingens hier auf. Otto Normalo würde sagen, was, der mietet sich hier was, da muss man hier ja Geld in die Hand nehmen. Da muss man vielleicht zur Bank gehen, das ist ein Risiko. Was, wenn sich das nicht trägt und so was, ja, da gehe ich lieber in meinem geregelten Job nach und träume mir, ich könnte das auch. Und tritte nach außen auf und sage, ja, ich könnte das alles. In dem Moment aber, und das ist bei jedem Lebensprojekt so, wenn du Hand anlegst, wenn du selber in der Verantwortung bist, wenn du keinen Chef hast, wenn du niemandem sagst, auf den, ja, zur Not macht das mein Kollege, das ist immer so. Und deswegen finde ich diese Analogie mit den Boxen, also ich kann es einfach auch jedem, der so ein bisschen in der Persönlichkeit wachsen möchte, weil er an solchen Dingen immer wieder scheitert, empfehlen, mal so durch sowas durchzugehen. Da, wo es beginnt, wehzutun, Beziehungen, schwierige Beziehungen, bleib mal dran bei der schwierigen Beziehung, hau nicht ab. Ja, der unangenehme Job oder das anstrengende Studium oder was. Am Ende, dieser Scheißspruch, die Harten kommen in den Garten, ja, oder Widerstände testen, wie sehr du etwas willst. Ich verstehe folgend, was du meinst und nochmal, um dir das vielleicht dir jetzt klar zu machen, was ich meinte, ich weiß, dass es so ist und ich weiß, dass es natürlich auch schon bereits jetzt schon Leute gibt, die diesen Weg vollgehen würden, auch in anderen Lebensbereichen und das ist ja das, was auch in dem Gespräch direkt am Anfang rausgekommen ist, bei dir ist das schon etwas, was du auch ohnehin tust und du willst das jetzt aber das Gleiche auf eine andere Art und Weise machen, das heißt, dieses Durchziehen, dieses All the Way In, das machst du, was das Geschäftliche, was das Alltäkische angeht, ständig, dann willst du das jetzt einfach nochmal körperlich, physisch machen, um das wirklich zu spüren. Es gibt aber auch Leute, wie zum Beispiel Ben, die eher an dem State waren, wie du davor beschrieben hast, wo es noch gewisse Unsicherheiten gab, wo man sich nicht traut, voll reinzugehen, also auch jetzt, obwohl Ben erfolgreicher Unternehmer war, gab es bestimmte Bereiche in seinem Leben, wo er gesagt hat, boah, naja, sag du, was ich machen soll, weiß ich nicht. Und diese Transformationsprozess, den er durchgemacht hat, durch diesen Kampf zu sagen, okay, warte mal kurz, ich mache jetzt einfach nur mein Ding, weil ich weiß im Endeffekt, stehe ich da eh allein und kann dann auch damit umgehen. Diesen Transformationsprozess hat sich innerhalb dieses Kampfprozesses abgespielt. Das heißt, das ist ein Ausbrechen, wenn man jetzt mal Endutel zitieren möchte, aus der Matrix sozusagen. Also du kommst raus aus dem, wo du eigentlich ein Schaf bist und spürst, was du alles wirklich kannst und sagst, okay, dann fickt euch alle, dann brauche ich eure dämlichen Ratschläge, die mich eh die ganze Zeit hinunter sedieren, nicht mehr. Das ist der Effekt, den Kampfsport bis vor kurzem stark verkörpert hat oder zumindest die Prozesse, den ich jetzt hier anbieten würde, dass es darum geht, da einmal wirklich zu spüren, was du alles wirklich kannst. Ich glaube aber und ich will darauf hinaus, dass es bald auch Kampfsport für die Leute gibt, die das nicht können und das danach auch nicht können werden. Das ist einfach nur so, okay, du hast es gemacht, alles gut, du hast getan, was du tun musstest, wie so eine Besänftigung. Du hast so deinen Teil geleistet, aber es holt dich nicht mehr raus. Es ist quasi aufgekauft von dem System, was die Leute genau in diese Blindheit reingeführt hat, in diese Volksschaft reingeführt hat, dass die denen auch sagen, ja, du willst Kampfsport machen, ja klar kannst du Kampfsport machen. Wenn du dann rauskommen willst, im Endeffekt, das ist aber nicht echt ein Kampfsport, da fehlt was. Das Übertragende, in meiner Welt wäre das die Seminarbranche oder die Coachingbranche, wo es gibt Coachings, das ist einfach nice to have, da geht man halt hin, da macht man irgendwie einen netten Kaffee trinken und man isst die Pause und man gibt es einen Snack und dann hat man einfach, damit man was mal gemacht hat und dann gibt es halt diejenigen Seminare, Retreats, die dann wirklich Leben verändern, wo du tief reingehst. Also ich habe irgendwie in den letzten Vierteljahrhundert alles mögliche von dem erlebt und ich merke zum Beispiel, derzeit mache ich psychedelische Seminare, psychedelische, also wir reisen irgendwo hin, wo das legal ist, wo die Leute dann wirklich tief in innere Prozesse hineingehen und du merkst dann, die, die das wirklich machen, die echt die Eier haben, sich ihren Dämonen zu stellen oder die kommen dann hinterher auch transformiert raus. Und du kannst aber vorher, kannst du jahrelang Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, du kannst zu jedem Chaka, ich schrei mich glücklich Seminar gegangen sein und das bringt in der Realität nichts. Was rauskommt, ist so ein Seminar-Hopping ganz häufig und ich glaube, wenn du daraufhin möchtest, auf diese Zweiteilung, das kann ich mir vorstellen, dass das auch hier passieren wird. Ja, glaube ich auch. Und das ist natürlich irgendwo dann auch, so weil ich halb mich, was, wie ich eben beschrieben habe, aber auch was das angeht, in der Regel eher raus. Jeder, wie du schon sagst, bringt das irgendwie schon mit, den Willen, den Biss sozusagen. Die Leute machen das, weil sie irgendwas verändern, erfahren wollen und wer dann im Endeffekt nicht die Eier dazu hat, was auch wirklich zu tun, dem ist nun mal nicht zu helfen. Aber trotzdem, bis zu einem gewissen Punkt, hast du ja auch als Trainer in dem Fall oder Therapeut, Coach, Pipapo, irgendwie die Aufgabe, zumindest zu zeigen, was da jetzt möglich wäre. So, ob die Person sich dafür entscheidet oder nicht und ich glaube, dass viele Leute, dass im Endeffekt, wenn die sich dann Trainer und was auch immer nennen, das gar nicht mehr wissen, weil sie es selber nicht gemacht haben. Das ist bei der typischen Komfortzone auch. Also es ist total bequem, auch innerhalb seiner Komfortzone sich kuschelig anzurichten. Es ist nicht der Weg, den du normalerweise gehen solltest. Wenn du wirklich wachsen möchtest, musst du raus und es muss halt manchmal aufbrechen, es muss manchmal wehtun, es muss manchmal. Und dann merkst du, boah, da ist ein neuer Kontinent. Aber diesen Kontinent, den siehst du nicht, wenn du nicht diesen Weg gegangen bist und jetzt möchte ich meine Branche nicht bashen oder sowas. Ich glaube, jeder sucht sich irgendwo intuitiv aus, das, was gerade zu seinen persönlichen Entwicklungsstand oder was zu seinen Interessen passt. Das ist völlig in Ordnung. Was ich einfach nur sagen möchte ist, mach keinen kleinen Scheiß, sondern mach es richtig. Was meinst du, was gerade dazu passt? Also sagen wir mal, du hast den Punkt, wo du sagst, ich bin gerade nicht da, wo ich sein will oder ich bin irgendwie falsch, ich bin irgendwie festgefahren, pipapo. Wenn du dir dazu irgendwas suchst, was dazu passt, dann wird das ja eher ein erhaltendes Phänomen sein als ein veränderndes, wenn das ist. Oder meinst du eher, passend zu dem Willen auszuprobieren? Wenn das zu dir passt. Also ich habe übrigens auch gar nichts, wenn Menschen mit allem happy sind, was sie gerade tun, völlig, völlig fein. Aber wenn sie erwarten, dass sich etwas verändert, nur durch Theorie oder durch gute Laune oder durch Wohlfühl kuscheln, das wird in der Regel nicht funktionieren. Also du musst ein bisschen in den Dschungel. Aber selbst, ja gut, aber diese Wege in den Dschungel, die werden mehr und mehr verbaut. Die gibt es gar nicht mehr. Also das ist ja im Prinzip, ich habe heute noch morgen ein gutes Buch gelesen, wo es um genau dieses höheren System geht, in dem man da ist. Das heißt, du hast ständig die freie Wahl, in Anführungsstrichen, dich zu entscheiden, okay, welchen Weg nehme ich jetzt? Gehe ich in den Dschungel, gehe ich nicht in den Dschungel? Aber im Endeffekt, die führen dich beide wieder zurück. Das sieht nur so aus, das ist die harte, das ist die nicht harte Person. Aber trotzdem, direkt führen die beiden Arme zum gleichen Erzeuger. Aber ich glaube, dass derjenige, der in den Dschungel gegangen ist, mehr Erfahrungen gemacht hat. Richtig. Aber woher willst du, der nicht im Dschungel war, wissen, wer im Dschungel war? Umwege erhöhen die Ortskenntnis und ich glaube, dass auch die Art und Weise, die Summe dessen, was du im Leben ausprobiert hast, dass das einfach dazu führt, dass du einfach Erfahrungen machst. Ich habe so eine Metapher, mit der ich gerne arbeite. Wenn du irgendwo mit dem Auto im Stau stehst und du siehst dir, Navi, Google Maps oder sowas zeigt dir Stau 10 Kilometer. Und es ist eine Ausfahrt, du kannst da außen drumherum. Was machst du? Bleibst du im Stau stehen oder fährst du außen drumherum? Und meine Erfahrung ist, dass super viele Leute sagen würden, ja, jetzt bin ich halt im Stau, ich bleibe da halt drin. Und ich mache das zum Beispiel aus Prinzip, dass ich sage, okay, ich kann da eine neue Ortschaft sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller ist außenrum, aber wenn, wann nicht. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einmal von der Autobahn runterzugehen. Oder jetzt vor ein paar Tagen war lustig, lustig, Bombendrohung, Basler Flughafen. Ich musste nach Mallorca, wollte von Basel nach einem Vortrag nach Mallorca fliegen und ich wollte am nächsten Morgen zu unserem Retreat auf Mallorca sein. Also, was machst du? Du gehst aus dem Flughafen raus, recherchierst, scheiße, beim letzten Mal hat das sechs Stunden gedauert, bis sie das wieder gelöst hatten. Das finde ich nicht so. Jetzt ist der normale Weg, die meisten würden sagen, jetzt stehe ich halt vor dem Flughafen und denke mir, okay, jetzt warte ich mal, wann ich wieder reinkomme. So, ich will aber nach Mallorca. Also, was mache ich? Da gehe ich, recherchiere online von Basel, Zürich. Wie lange? Gibt es da einen Flug? Ja, gibt es einen Flug? Wird knapp. Was kann ich machen, um da hinzugehen? Und dann war das echt pervers. Das war so ein abgezäunter Bereich. Kennst du diese hohen Flughafenzäune? Man darf da eigentlich nicht drüber. Aber wir konnten da nicht. Unten auf der Straße, weil wir die Zufallsstraßen gesperrt hatten, da unten fuhren die Taxis. Also musste ich irgendwie mit meinem Gepäck über diesen Zaun klettern, zum Taxi gehen und dann nach Zürich zum Flughafen fahren und ich bin quasi in so einem 5-Minuten-Zeitfenster noch bei meinem Flieger angekommen und konnte nach Mallorca fliegen. So, jetzt könnte man sagen, ja, aber irgendwann wäre der von Basel vielleicht auch wieder geflogen. Nee, es war geil. Ja, ich bin über den Zaun geklettert, ich habe mich reingeschmissen in die Situation, es war unsicher vom Ausgang her und das ist das, was Menschen ja im Leben häufig als Flow-Erlebnis eigentlich erleben wollen. Also, dass du nicht genau weißt, was passiert. Dass du so ein bisschen an der Grenze dessen bist, dass du nicht in einem Safe Space bist. Und je öfter du das machst, je öfter du dich in solche Situationen als System hineinbringst, glaube ich, desto mehr kommt so etwas wie plötzlicher Lebenserfolg, weil du siehst, der Dschungel sieht so und so aus, ah, davon musst du aufpassen, davon musst du aufpassen. Und wenn man das halt ein paar Jahrzehnte macht, bis du mit 100 Tod umfällst, dann kommt so etwas wie ein gelungenes Leben raus, was irgendwo sehr nah bei dir stattfindet. Wenn du aber immer versuchst, in diesem Safe Space oder in den Röhren oder so zu bleiben, dann beginnt dich irgendwann jede kleine Herausforderung zu stressen, Angst zu machen, dir Sorgen zu machen, vor dem, was könnte passieren, wenn. Und das ist eine, also wenn ich jetzt hier einen Appell loswerden möchte, dann ist es genau der. Und es muss nicht der Boxkampf sein. Es hat jeder so einen bestimmten Bereich, wo man merkt, das reizt ihn, aber ich habe Schiss oder es passt nicht oder geh da rein und geh in den Dschungel, selbst wenn es nur in der Röhre ist, aber dann warst du dort. Ja, nur dann, ich verstehe, was du meinst, natürlich beschreibst du aber auch irgendwo den Endpunkt dessen, also worauf läuft das hinaus, wenn man sich so verhält, wenn man da immer wieder sich konfrontiert und einfach die Sachen macht, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, ist aber natürlich irgendwo auch schon tautologisch, weil dann, wenn du so einer wärst, der das macht, dann müsstest du die Sachen nicht mehr machen eigentlich. Also das ist dann ja schon das, was daraus resultieren will. In der Regel kommt man ja da irgendwie hin. Also dass du jemand bist, der sagt, okay, ich scheiße einfach drauf und gucke, was passiert, mach dann jetzt mal den Boxkampf, mach dann jetzt mal irgendwelche Sachen. Wenn du aber schon diese Einstellung hättest, müsstest du diesen Boxkampf ja zumindest nicht dafür machen, so wie das bei dir ist. Du machst den jetzt nicht für irgendwas, sondern du machst den, weil du ohnehin die ganze solche Sache machst. Wenn es darum aber geht, Leute quasi von dem State A, eingeschlafen, Schafe, pipapo, unzufrieden, unsicher und so weiter, zu überführen in dem Moment, wo das dann irgendwann mal ihrer eigenen Haltung entspricht, sich auf die Sachen einfach einzulassen, ohne zu wissen. Dann ist wieder die Frage, wie? Also wie ist das möglich? Und das ist, was ich behaupte, die Wege dahin werden immer weniger und die Wege, die sich als solcher ausgeben, aber die sich im Endeffekt wieder genau dahin zurückführen, werden immer mehr. Das ist einfach viel, viel schwieriger, als es früher war und ich glaube auch, wie gerade das mit dem Kämpfen, das ist bald passiert. Das war ja auch mal, meiner Meinung nach ein ziemlich direkter, ist das ein ziemlich direkter Ausweg aus diesem Etwas eingeschlafen. Das bringt dich wieder richtig auf Touren und bringt dir wieder richtig Lebendigkeit und Eigenheit. Aber ich glaube, dass zum Beispiel auch der Kampfsport nach und nach so aufgekauft wird, dass du jetzt trotzdem, dass du in Gyms gehen kannst und wieder genau da landest, wo du losgegangen bist. Und dann wäre es aber auch okay, wenn du jetzt nicht den Anspruch hast, dass du dich jetzt als Kämpfer oder so bezeichnest. So viele Leute sagen mir auch, ja, boxen, das mache ich bei mir im Fitnesskurs auch. Genau das. Das ist total anstrengend. Genau das meine ich. Dann sage ich, super, dann boxst du in deinem Fitnesskurs und dann sage ich, okay, all right für dich, dann ist ja auch ein körperlich geiles Training. Aber es ist etwas anderes, wenn du dann wirklich mit jemandem vor dir… Aber ist nicht all right, weil die Leute wollten eigentlich boxen. Du hast diesen Wunsch, du hast diesen, es geht gar nicht mehr um deine eigene Haltung. Sag mal, du bist wirklich jemand, wie du ihn beschrieben hast, jetzt auf deinen Retweets zum Beispiel, die kommen und sind entschlossen, wenn der Moment kommt, gehe ich all in. Wenn der Moment kommt, gehe ich all in. So, sagen wir, die sind wirklich entschlossen. Auf den Retweets ist ein sehr besonderes Beispiel, weil dann liegt das durch sehr stark bei dir durch das Psychidehliche und durch die Substanzen, die ermöglichen dir das. Aber sagen wir mal, du machst das in irgendwelchen anderen Programme, der Moment wird gar nicht kommen. Ich hatte, so lustig, was du sagst, weil ich hatte gerade WhatsApp-Austausch mit einer ehemaligen Kundin von mir, die mir gerade sehr gedankt hat für die tiefe Reise, die sie gemacht hat und die in einem so tiefen psychedelischen Prozess gewesen ist. Ich musste mich auf sie schmeißen und am Boden festhalten und die hat um sich geprügelt und alles und direkt neben ihr war eine Wand und wir mussten die Wand abholstern, damit die sich nicht verletzen in diesem Zustand. Und die mir gerade nochmal gesagt hat, dass die sagt, Dankeschön, dass ihr mich in diesen Prozess gelassen habt und sie sagt, ich hätte mir lieber die Hand gebrochen, als aus diesem Prozess raus zu gehen. Und die danach sagt, übrigens, das ist nicht immer so gruselig, aber in dem Fall war das notwendig und die mit diesem absoluten Commitment am Anfang reingegangen ist. Und darum geht es mir. Ich glaube aber auch, dass es für jeden Menschen in jedem Entwicklungsstadium immer bestimmte Türen gibt und verschiedene Ebenen gibt, wie sie bereit sind, sich diesen Dingen zu öffnen. Und ich würde ja meinen Berufssinn oder meinen Lebenssinn irgendwo verfehlen, wenn ich sage, es gibt die Gruppe A und es gibt die Gruppe B und dazwischen gibt es keine Verbindung, sondern ich glaube, das ist ein Kontinuum. Und ich glaube, dass dieser Prozess dahin zu einem, okay, ein Kampf könnte etwas für mich sein, dass da jeder irgendwo an einem unterschiedlichen Punkt steht. Zum Beispiel in dem Fall, dass die Bereitschaft der maßgebende Faktor ist. Die Bereitschaft ist ... Also natürlich ist das ein wichtiger Faktor, aber meinst du, das ist der maßgebende Faktor. Die Bereitschaft und der Schmerz. Ja, also wenn du mit dem Kopf ... Es gibt ja diese berühmten Karma-Schleifen. Du kommst im Leben immer wieder an ähnliche Herausforderungen und scheiterst immer wieder. Das ist wie so ein Computerspiel. Computerspiel Level X und du scheiterst immer wieder, weil der gleiche Gegner dir um die gleiche Ecke in den Kopf schießt. Da musst du halt so lange üben, bis du eine Ebene weiter kannst. Und ich glaube, das Leben ist häufig so ähnlich zu verstehen, dass du in bestimmten Schleifen oder in bestimmten Situationen immer wieder mit ähnlichen Themen konfrontiert wirst. Und am Anfang denkst du dir, ah, ist aber blöd, ist aber doof. Aber irgendwann mal gibt es Menschen oder viele Menschen schnallen irgendwann mal. Es kommt eigentlich immer das Gleiche in einer anderen Verpackung. Und wenn dieses immer wieder Gleiche ist, zum Beispiel, ja, ich kneife oder ich traue mich nicht all in zu gehen oder ich fühle mich zu schwach oder so. Und dann kommt irgendwo mal eine Tür, die sich öffnet und sagt dir, dann trainier doch mal deine Stärke, trainier doch mal deinen Mut oder trainier doch mal Schmerzen. Und ich glaube, dafür, das ist, ich möchte da nicht zweiteilen, die einen sind so und die anderen sind so, sondern dafür gibt es diese Abstufungen dazwischen. Und ich kann halt jedem sagen, Leute, macht so ein Programm hier mit. Ja, also das würde ich auch jedem sagen, aber auch nur, weil ich weiß, wie ich dieses Programm aufbaue und eben aber auch weiß, wie diese Programme sonst aufgebaut sind. Und ich würde behaupten, zum Beispiel den zweiten Fakt, den du genannt hast, das sehe ich sehr ähnlich, der Schmerz, mit dem man da konfrontiert wird. Natürlich, du musst Bock haben und sagen, okay, wenn der Schmerz kommt, bin ich dabei und bleib drin. Aber ich glaube, es wird sehr oft passieren und das passiert ja in sehr vielen anderen Bereichen bereits und ich glaube auch, dass das jetzt, um das Dauerbeispiel Kampfsport nochmal einzubringen, auch im Kampfsport passieren wird, dass der Schmerz rausgenommen wird, um das Ganze leichter verträglicher, leichter verkaufbar zu machen. Also alles, was skaliert und kommerziell ist, ist in der Regel schmerzfrei. So, darum geht es ja, dass es immer leichter, immer einfacher wird, immer leichter zu purchasen, wo du immer weniger Sachen da individuell abstimmen musst, sondern einfach sagen kannst, ja, klar, warum nicht? Und dieses Warum nicht, diese Einfachheit, ist natürlich schon konträr zu dem Schmerz, den du gerade beschreibst. Und ich glaube, dass die meisten Sachen, dadurch die Möglichkeit genommen wird, überhaupt wirksam zu sein, indem der Schmerz immer weiter rausgenommen wird, vom Angebot her, nicht von der Person, die das Angebot wahrnimmt. Ich glaube, das ist etwas, was da stark zu kurz kommt, dass es gar nicht um die Person geht, selbst wenn ich den tiefsten Wunsch habe, dieses Programm zu nutzen, um mich wirklich zu transformieren und sage, ich nehme alles, was kommt, es kommt nichts. Es kommt nichts. Du kaufst das, was du kaufst, ist leer. So, da ist nichts drin. Das hat für dich, egal, was du für eine Bereitschaft hast, die kann dieser Bereitschaft nicht gerecht werden. Und es ist genau das Gleiche im Leben, in allen möglichen Bereichen. Schau mal, zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Bücher geschrieben, irgendwie so, ja, 27, ich habe 27 Bücher geschrieben. Crazy, ist wirklich so. Das ist ein anderes Thema, ja. So, pass auf, jetzt sag mal irgendjemandem, schreib ein Buch und dann sagen die ja, ja, okay, wo ist der Ghostwriter oder wer macht das für mich und wer macht diese Struktur, wer macht dieses Struktur? Nee, schreib es selber, mach es selber. Ja, wie, selber? Ja, muss ich ja schreiben. Ja, genau darum geht es. Aber das ist ja langweilig. Ja, wenn das langweilig ist, dann lass es. Ja, du musst, wie schreibe ich ein Buch? Wort für Wort, Satz für Satz, Absatz für Absatz, Kapitel für, ja, aber das ist ja schrecklich, da muss ich ja meinen Arsch und, ja, genau, geh durch den Prozess durch, mach das einmal. Geh so tief in ein Thema rein, dass du das wirklich durchdrungen hast, dass du dieses Thema bist. So, und an der Stelle, und das ist in meiner Branche zum Beispiel so, da kacken schon mal 90 Prozent, 95 Prozent ab und sagen, nee, das ist mir viel zu anstrengend, das ist schmerzhaft. Also die Schmerzen, das was schmerzen, du meinst die Schmerzen sollte man selbst erzeugen? Die Schmerzen sollte man bereit sein zu gehen oder sagen, okay, wenn ich mich diesem Thema jetzt wirklich widme, wenn ich das Commitment habe, heißt das zum Beispiel, dass ich jetzt hier weniger Freizeit habe oder das heißt, dass ich auf was anderes verzichte. Also diese Entscheidung, dieses Steuer im Leben, das haben wir doch immer. Und was jetzt Schmerzen ist, ob das der physische Schmerz ist oder ob das eine Bequemlichkeit ist. Wir sind in einer sau überbequemen Gesellschaft. Und ich sage dir, und was ich meine, ist, dass der Schmerz verloren geht, dass der Schmerz nicht mehr klar dir in die Fresse wirklich präsentiert wird, dass du dann die Möglichkeit hast, zu sagen, okay, ja, sondern weil wenn du Leute fragst, allen Leuten hier, denen es eigentlich nicht gut geht, geht es gut, die wissen nicht, wo der Schmerz ist, so ja, aber ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wo. Die haben keinen Schmerz, mit dem die Arbeit können. Es geht gar nicht um die Bereitschaft. Alle, die an diesem Punkt sind, wo das irgendwann so, das Leben so leer wird und langweilig und man irgendwie weiß, das hat keinen Sinn mehr. Den allen geht es nicht gut. Die alle haben eine Bereitschaft, rein theoretisch daraus zu gehen. Vielleicht überlegen sie sich nochmal, wenn es soweit ist. Was die nicht mehr haben, ist der Schmerz. Also der Teil, der wirklich schwierig zu finden ist, ist nicht die Bereitschaft, so weil jeder weiß, okay, das hier ist nicht so, wie es sein soll. Ich will aber wo. Und der Weg, klar, ist der Schmerz, aber ich glaube, der Schmerz selber wird genommen. Du wirst in so eine Gummizelle gesteckt, im Prinzip. Und das ist alles, alles fühlt sich gleich an. Alles ist irgendwie voll, aber leer. Da ist nichts mehr. Womit du den Weg zurückfinden könntest, was wie gesagt der Schmerz wäre. Und die Bereiche werden, alle Bereiche, die das Potenzial haben, werden nach und nach aufgekauft und entschmerzt und werden nach und nach immer tauber. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es mit einem Kampf schon passieren wird, dass es auch da nicht mehr dreckig wird. Auch wenn es dann Schmerzen sind, im Sinne von du wirst ins Gesicht gesteckt, ja, das ist alles okay, wenn es weh tut, du musst ja nichts machen. Man hat einfach nicht mehr dieses Ekelhafte. Und das fehlt dann. Allgemeines Lebensprinzip. Immer das Gleiche. Kein Bock, Gas zu geben in der Arbeit oder ein Kundengespräch, eine schwierige Verhandlung, durch eine schwierige Situation mit deinem Partner durchgehen. Die Schmerzvermeidung ist ein so hohes Gut. Aber wenn du die Schmerzüberwindung oder die Schmerzdurchdringung oder die Schmerztransformation in irgendeiner Form drauf hast, das ist geil. Das ist eine der geilsten Lebenskompetenzen, die du überhaupt haben kannst. Aber woher kommt das? Das kommt ja irgendwie aus dem Austausch mit anderen Menschen, die das auch tun. Und wenn das keiner mehr macht, dann ist das sehr, sehr schwierig, sich selbst beizubringen, in Anführungsstrichen. Auch wenn das jetzt, wie Leute wie du, so aus ihrem Turm heraus rufen, so schmerz, schmerz, schmerz. Mein Turm, dankeschön. Ja, das hat so ein Gewissen. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwo in deiner Position eingeschrieben. Du musst ja auch da oben stehen. Was ist meine Position? Schau mal, ich stehe vor 15.000 Leuten in der Längstes Arena und halte Stehgreifreden. Kein Scheiß. Also ich mittlerweile, ich denke nicht mehr wirklich drüber nach. Es ist nicht mehr so, der durchstrukturierte Text. So, dann sagen die Leute, ja der Arsch, der, der aus seiner Turmposition. Ja, fickt euch doch. Hast du eine Ahnung, wie lange es gedauert hat, um da hinzukommen? Nein, das haben wir nicht. Aber genau das ist der Punkt. Dann sitzen sie unten und sagen, ja, das werde ich auch gerne. Und ich werde auch Top Speaker. Weißt du, wenn wir bei Greater Speaker Ausbildung machen und sagen, hey, das dauert aber neun Monate und du musst durch einen tiefen Prozess und es gibt Training und Übungen und diesen sagen ganz viele, also ich hätte gerne lieber ein Wochenendseminar, wo man mir sagt, oh, du kannst das, hippie, ja, ja, und gute Stimmung und Luftballons. Und genau das ist der Punkt. Weil immer, wenn irgendjemand irgendwo am Turm steht oder irgendwo auf dem Gebäude, dann ist der nicht da hochgehüpft, sondern der hat sich da meistens, hat er sich da hingeklettert. Und da gibt es, weißt du, diese ganzen unternehmerischen Geschichten, da werde ich auch kirre, wenn die Leute sagen, ja, du hast es geschafft oder du, ja, du, Depp, wärst du bereit gewesen, hier die 10.000 Euro, hier die 50.000 Euro, bist du bereit, das Risiko einzugehen, bist du bereit, dein Auto zu verkaufen, damit du, ne, 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 safe, safe. Ja, dann mach. Aber wenn du diesen Grund hast und du gehst durch den Weg durch, merkst du, dass jedes Schrittchen unterwegs entlang dieses Weges irgendwo ein Puzzlestein war, was sinnvoll war und was sein musste, was hinterher Sinn ergibt und dann, weißt du, da fühle ich mich angegriffen, wenn du sagst, ja, da steht ja hier einer für 16.000, 15.000 und du auf deinem Turm. Ja, kein Turm, du, hör mal. Warte mal kurz, der ist gebaut und hochgeklettert. Aber nichtsdestotrotz, und das ist, was ich damit sagen wollte und natürlich wohl wissen, dass dieses Wort, der Elfenbeinturm ist, der Elfenbeinturm da bei euch immer so ein bisschen, das Ding ist, um reinzustechen, aber nichtsdestotrotz, ob du das hochgeklettert bist, ob du den Turm gebaut hast oder wo auch immer, manche werden auch draufgesetzt, aber scheiß drauf, du bist auf dem Turm. So, und das ist das Ding, was ich meine. Also, unabhängig, wie du da hingekommen bist, die Position als solches ist diesem gesamten Konzept schon eingeschrieben. Du kannst nur da oben stehen, weil die da unten stehen. Es braucht immer mehr Klatscher als Beklatschte. Du kannst nicht das Ganze drehen. Also, das heißt, diese Position des Turms ist dafür gemacht, dass Leute da unten stehen und nicht hochkommen. Wenn alle hochkommen würden, wäre es da oben scheiße. Da ist gar kein Platz da oben. Das heißt, es muss so sein, dieses Konzept ist so danach ausgelegt, dass ein unglaublich großer Prozentteil unverhältnismäßig für Leute in dieser Position unten gefangen sind, weil du kannst keine Angebote schaffen in so hohem Maße, die Leute wirklich nach oben bringen, weil dann wäre oben nicht mehr oben. Du brauchst ja diese Top-Down-Geschichte, die ist dem Ganzen ja schon inhärent. Das führt keinen Weg da raus. In diesem System zu versuchen, da wirklich rauszukommen, ist eigentlich unmöglich. Das ist dem System selber unlogisch. Wenn es ein System geben würde, was sich selbst abschafft, wäre es kein System mehr. Ich verstehe, in welche Richtung du da argumentierst. Ich sehe das ein bisschen anders, weil, weißt du, jetzt bezogen auf Speaking oder Coaching oder Training oder so, ja, dann stehe ich da hier vielleicht auf dem Turm, aber es ist jedes Mal, wenn wir ein Seminar haben oder wenn die einen Retreat geben oder so, jeder Mensch ist in seinem eigenen Spielfeld, in seinem eigenen Spielfeld die Möglichkeit, auf seine Türme zu steigen. Und es ist doch völlig wurscht, ob jetzt jemand hier, keine Ahnung, eine Praxis für ästhetische Chirurgie hat oder ob er eine Schreinerei hat oder ein IT-Unternehmen. Also diese Türme, auf denen du, um die es geht, die sind in jeder Branche, gibt es die, in jeder Nische, in jedem, die gibt es auch in jedem Menschen, in jedem Menschen gibt es die. Und deswegen lasse ich diesen Hinweis auf das Schiefe nicht gelten, weil, na klar, es hat jetzt nicht jeder eine Eloquenz, um Leute über Stunden irgendwo hinzukriegen, aber der hat dann vielleicht was anderes, der hat dann, gestern habe ich ein Coaching gehabt mit einem, der hat ein cooles Möbelunternehmen aufgebaut und hat bereits vor Corona, weit vor Corona, seine Verkaufsprozesse digitalisiert und ins Netz getan mit coolen Dingen, der voll durch die Decke gegangen ist, sage ich, das könnte ich nie, ich hätte gar nicht die Nerven, mich in diesen Kram so reinzufuchsen wie er. Und das ist für mich so eine Haltung, also ich hierarchisiere das jetzt nicht, sag du bist jetzt oben und du bist unten, sondern ich möchte, ich möchte, ich möchte einfach nur jeden Menschen ermutigen, in seinem Spielfeld den jeweils nächsten Schritt zu gehen, ob das jetzt ein Online-Programm ist oder eine... Inwiefern ist das Spielfeld da jetzt relevant, weil auch wenn es verschiedene Spielfelder sind, ist diese Top-Down-Geschichte dem ja eingeschrieben, also die Hierarchie als solches, das wovon ich spreche, ob das jetzt bei Speaking oder bei Möbelherstellung, ist das alles egal. Im Endeffekt gibt es immer oben, unten. So und ob du jetzt dir von dem Speaking oben dann was abholst, wo du unten stehst, um dann wieder in deiner nächsten Welt oben zu sein, trotzdem ist es immer oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten, immer Kampf, 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 Kampf auf einer Ebene, wo meiner Meinung nach Kampf eigentlich nicht hingehört. Also in dem ganzen alltäglichen Alles ist irgendwie Kampf. Ist es ein Kampf, was ich auch total spannend finde, in der Haltung von mir zum Beispiel, ich kämpfe in meinem Alltag nicht. Ich kämpfe auch nicht gegen Mitbewerber oder Konkurrenten. Also viele verstehen ja Märkte so, das ist wie so ein Kuchen und dann kämpft man um Kuchenstücke. Was meine Grundüberzeugung ist, es geht nicht um die Größe von Kuchenstücken, sondern um die Größe des gesamten Kuchens. Also man sollte eigentlich gucken, dass man Märkte entwickelt, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Also ich verstehe, was du mir sagen willst, ganz toll für Unterbrechung, ich verstehe, was du mir sagen willst. Das ist, würde ich mal sagen, ein schönes Beispiel für Ideologie, also ein imaginäres Verhältnis zu realen Umständen, also weil der Markt, in dem du dich bewegst und wo du aufstehst, ist ein hierarchischer. Ob du dir jetzt denkst, das ist nicht hierarchisch oder nicht, es ist hierarchisch. Ob du jetzt für dich persönlich eine andere Geschichte zu hast, verändert ja die realen Verhältnisse nicht. Also es ist ja so oder so hierarchisch, du bist ja so oder so erfolgreich ich fühle mich gar nicht so, bis es trotzdem ist. Ich würde gerne diesen Hierarchiebegriff rausnehmen. Das ist einfach eine ganz normale Marktentwicklung. Aber der Markt ist doch in sich hierarchisch. Nee, 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 ist es nicht. Der Markt ist es Longtail. Du hast große Player und dann hast du einen ganz langen Schwanz und da gibt es für alle möglichen Leute ein Angebot. Musikindustrie, geh in die 80er Jahre zurück, da gab es ein paar Radiostationen, wir haben alle das gleiche gehört. Heute hast du iTunes und du kannst deine Playlists komplett individuell zusammenstellen. Ich glaube, das merkte erst dadurch, also dadurch, Also wenn du, damals gab es ein paar Bands, wir haben, was haben wir gehört? Iron Maiden, Genesis und Tina Turner. Die du nicht, also du nicht, weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Heute hast du eine so ausdifferenzierte Welt da draußen, wo so vieles möglich ist, wo sich tatsächlich jeder auf seiner Ebene das für sich Beste machen kann, ohne dass ich das jetzt hierarchisch betrachten muss. Also du bist besser oder du hast mehr Umsatz oder so. Aus dem bin ich weitestgehend draußen. Ich bin auch aus dem Gedanken draußen, dass man, dass man gegen andere kämpft. Ich glaube, wogegen man kämpft, ist immer dieser eine Anteil in sich selbst, der einem sagt, komm, bleib sitzen, ist gerade bequem, ist gerade schwierig. Würdest du auch sagen, dass du das nie getan hast? Dass ich was nie getan habe? Gegen andere zu kämpfen? Nee, habe ich eigentlich nie. In deiner Wahrnehmung? Ich habe ich nie. In meiner Wahrnehmung habe ich das nie. Also ich habe nie, gut, mit einer Prügelei, als junger, ich habe in meiner Wahrnehmung nie gegen andere gekämpft. Ich habe immer nur versucht, was ist mein persönlich nächster Entwicklungsschritt und versucht, irgendwo anderen zu zeigen, was ist dieses oder jenes. Also ich bin aus einem Konkurrenzgedanken weitestgehend draußen. Und würdest du auch sagen, ist ja sehr interessant, also ich bleibe erst mal kurz dabei, zu sagen, dass das ein imaginäres Verhältnis zu den gesamten Umständen ist, also so wie der Markt sozusagen funktioniert. Also da ist, glaube ich, diese Konkurrenz und Hierarchie schwer rauszusprechen. Das ist ja eine hierarchische Geschichte. Das ist ja Angebot und Nachfrage. Wer das bessere Angebot hat, Pipa Polen. Die Leute hören die lieber zu als den anderen Speakern. Und dementsprechend bist du besser als die. Ob du jetzt währenddessen sagst, dass du es nicht bist, spielt eigentlich keine große Rolle. Aber würdest du auch sagen, dass das gesamte Feld, in dem wir uns bewegen, jetzt gar nicht mal deine Branche oder jede Branche, dass das nicht der Fall ist, dass man da irgendwie hierarchisch arbeitet? Ich glaube, es ist eine Haltung schon. Kommunal, altruistisch? Ich weiß es nicht. Das ist eine persönliche Haltung. Also mir ist es relativ wurscht, wenn mir andere sagen, ich habe so und so viel Umsatz, ich habe so und so viel Sales Team, ich habe so und so viel. Es ist mir total egal. Nicht als Status, als tatsächliche als Dynamik. Also ich glaube, dass es einen gewissen Anteil, wenn ich das wahrscheinlich psychologisch, wissenschaftlich herleiten würde, müsste ich jetzt eine Persönlichkeitseigenschaft, die Wettbewerbsorientierung heißt, nehmen oder so und müsste verschiedene Intensitäten skalieren. So, du bist maximal wettbewerbsorientiert, dir ist Wettbewerb scheißegal und wir alle sind irgendwo auf einem Kontinuum dazwischen und mir ist klar, dass viele Unternehmen dadurch vorangetrieben werden, und Projekte, dass ein bestimmter Prozentsatz darin sagt, den hauen wir in die Fresse oder dieses psychologische Motiv von Feindbildern oder sowas. Für mich persönlich kann ich das weitestgehend ausschließen. Heißt nicht, dass ich nicht komplett konkurrenz- und egofrei wäre. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Sorry, sagen wir mal ein schönes Wort dafür, Wettbewerbsorientierung. Nehmen wir mal kurz das, was ich gerade gesagt habe. Es geht darum, dass du eine gewisse Einstellung dazu hast, eine gewisse Haltung. Du siehst das so oder so, aber das, was es ist, ist nach wie vor Wettbewerb. Ob du dich jetzt dahin orientierst, du sagst, okay, ich bin da voll drin und Wettbewerb ist in mir und ich fühle und lebe Wettbewerb oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist wie deine eigene imaginäre Haltung zu den realen Verhältnissen, aber das reale Verhältnis ist das eines Wettbewerbs. Alle stehen, was das angeht, in irgendeinem Wettbewerb. Vielleicht denke ich der eine, boah, ich bin hier in der positive Bubble Nummer 1. Der andere denkt, ich bin in der positive Bubble Nummer 3. Jeder denkt, es ist ein Quatsch, aber trotzdem stehen, tun alle da. Jeder denkt vielleicht was anderes. Vielleicht steht jeder seine eigene VR-Brille auf, aber trotzdem steht jeder da und sagt, okay, das hier ist der Große. Wirklich nur das Bild. Wir machen Stumm draus, lassen die Gedanken alle raus, aber das Bild per se, eine steht auf der Bühne, alle anderen stehen unten. Ich glaube, dass das, was du gerade beschreibst, ein ganz normales Gesetz der Natur ist oder der Schöpfung, wenn du so willst. Ich glaube, ich möchte nicht so anmaßend sein, zu beurteilen oder zu kategorisieren, inwieweit jetzt Natur richtig oder falsch ist. Fakt ist, da ist Pflanze A, da ist Pflanze B. Wenn Pflanze A besser an bestimmte Umweltbedingungen angepasst ist, dann wächst die halt schneller und dann kommt ein Parasit und macht die irgendwie klein und dann kommt eine Biene und frisst das irgendwie. also ich möchte gar nicht mir anmaßen, dieses Ganze hier, nennen wir es Schöpfung, in irgendeiner Form zu beurteilen und was jetzt wie viel Wettbewerb oder Konkurrenz oder oben und unten ist. Ich möchte nur sagen, werde das, was du bist. Also sei die echteste Version deiner selbst, nimm so viele Schichten wie möglich weg, nimm so viele, ich sage mal, von außen Programmierungen weg, die dich vielleicht verbogen haben oder ähnliches. Finde dich so gut, es geht selbst in dir und stelle dich dem, was du dafür brauchst und dann ist es ein ziemlich gutes Wachstumsspiel, Erfahrungsspiel und du brauchst dafür keine Konkurrenten. Also du brauchst auch den Gedanken einer Konkurrenz nicht. Natürlich, wenn ich meinen Gegner in den Christen sehe, dann ist es in dem Moment mein Konkurrent, aber ich kämpfe ja nicht gegen Chris, also ich kämpfe, natürlich kämpfe ich gegen Chris und ich werde das Beste tun, um zu gewinnen, aber ich werde im Wesentlichen gegen mich kämpfen, ich werde gegen, ja, das ist, Chris ist letztlich austauschbar. Chris, du tust mir so leid. Ja, ich verstehe, was du sagst, also mich erinnert das so ein bisschen an, ich habe mich schon eine Zeit lang sehr, sehr intensiv mit der Bhagavad Gita beschäftigt, das ist so eins der, du kennst mich bestimmt, hinduistischen Epochs, die Spiritualität, da so mal ganz komprimiert, wo es eben darum geht, dich von dem Äußeren freizumachen und quasi auf sich und sein Inneres zu konzentrieren, was du irgendwie auch das, was du gerade beschreibst, wo ich sage, okay, ich konzentriere mich auf mich, was da draußen passiert, ist nicht mein Business und so, ich bin hier nur ein Teil von dem großen Ganzen. Lustiger Funfact, ich will dich ja nicht vergleichen, aber es ist trotzdem ein lustiger Funfact, um das zu illustrieren, was ich meine. die Bhagavad Gita war übrigens das Lieblingsbuch von Heinrich Himmler, der auch damit halt irgendwie rechtfertigen konnte, ja, das ist halt nun mal so, ich tue hier nur meinen Teil zum großen Ganzen, da will ich dir jetzt nicht beitragen, aber es ist natürlich so die Art und Weise, in der sich das Ganze strukturiert. Das ist eigentlich ein spirituelles Gespräch, weißt du, auch hier, nehmen wir jetzt mal nicht Himmler, sondern machen wir es mal neutral, Kriegspartei A gegen Kriegspartei B. So, who the fuck am I to judge, wer jetzt wo in irgendeinem höheren Spiel irgendwelche Rolle spielt. Warum höheres Spiel? Oder in meinem So recht profan. Ja, oder in welchem Sinnzusammenhang. Deswegen, wenn die entscheiden, jetzt gegeneinander zu kämpfen, mein Gott, dann sollen sie es jetzt halt tun und jeder wird es auf seine Weise bestmöglich rationalisieren und im besten Sinne jetzt hast du dich auch als Figur komplett rausgenommen. Jetzt guckst du von außen zu. Jetzt schaue ich gerade von außen. Aber gut, ich rede ja von dem Kriegsführer zum Beispiel. Der Kriegsführer an sich, ja, das ist jetzt schon wieder eine Ehe drüber. Das ist ja der Vergleich, den ich eher mache. Das ist wieder eine Ehe drüber. Also wenn du eine Kriegsführer Also du bist drin halt, in dem Krieg drin. Nicht von außen. Wenn du in dem Krieg drin bist. Ja. So kannst du dir dann sagen, okay, das sagen ja alle, ich führe Krieg. Es ist nicht mein Krieg, es ist Gottes Krieg. Oder ich mache das für meine Leute. Jeder hat irgendeine Legitimierung für diese offensichtliche Brutalität und Gewalt, die da ja tatsächlich stattfindet. Und wenn du jetzt von Generation zu Generation, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wir haben jetzt gerade eine sehr spannende Epoche auf der Welt. Gerade kommen unheimlich viele Konflikte, die wieder hochkommen, die aufbrechen. Wir haben, aber wenn du es insgesamt guckst, haben wir noch nie eine, das ist ein anderes Thema, noch nie eine friedlichere Zeit auf der Erde gehabt als in den letzten Jahrzehnten. Also wenn du statistisch betrachtest, die Menge der Kriege, die Menge der Toten und so weiter, das hat alles nachgelassen. Das heißt, ich persönlich glaube an ein System, dass sich die Menschheit nach oben irrt, dass es sich empor irrt. und Kriege Dinge lösen, wir daraus lernen und das alles ein System ist, aber in unserem kleinen menschlichen Horizont von wir leben 80 Jahre oder so, da haben wir ein paar fette Live-Events. Worum es meines Erachtens, muss nicht richtig sein, geht, ist, dass wir von Generation zu Generation ein bisschen weniger irren. und von dieser Ebene darauf zu gucken, da bin ich zu klein im Kopf, da möchte ich gar nicht weiter gucken. Besser ist das. Um das Wort mal aufzugreifen mit dem Irren, also ich weiß, dass du das eigentlich jetzt meintest, eben herumirren, aber würdest du auch sagen, die Menschen werden weniger irre? Oder könnte diese Kriegs- und Kampfsgeschichte, um jetzt wieder das quasi zu bringen, was ich eben gesagt habe, dieser Krieg und Kampf, der da früher äußerlich in der Stadt ausgetragen wurde, wie das beim Kampfsport auch so war, wo dann wirklich die Kämpfe in der puren martialischen Art und Weise gekämpft wurden, dass die gesellschaftlich aufgenommen wurden und die Menschen selber in sich drin immer zerrissener und immer getriebener und immer kämpferischer werden, aber es keine echten Kämpfe mehr gibt. Die Menschen werden immer verrückter. Das ist übrigens auch eine schöne Brücke hier zu einem anderen Thema. Ich glaube, dass Menschen vielleicht nicht mehr die Bereitschaft zum Konflikt haben oder dass sie an die Konfliktscheue haben, aber wenn du Konflikte nicht verbalisierst, nicht ausdrückst, nicht auskämpfst, muss ja nicht physisch mit physischer Gewalt sein, dann kommt immer ein Wischiwaschi hinaus raus und am Ende dieses Wischiwaschis kommt dann die Explosion. Und insofern wäre ich jetzt bei dir und würde sagen, ihr Lieben, lernt eure Konflikte auszuhalten, reinzugehen in die Konflikte und beispielsweise durch ein Programm wie dieses Programm bei dir, dein Mann, deine Frau zu stehen und zu sagen, das ist meine Position, meine Haltung, geht in die Unbequemlichkeit. Ich bin jetzt aber nicht Soziologe genug oder Gesellschaftsforscher, um das jetzt irgendwie statistisch, wissenschaftlich zu konzentrieren. Ist auch schwer, Geschichte eben an nachträglichen Prozessen, kann man jetzt von damals in ihrer Sicht nicht sehen, kann man nur von der heutigen Sicht sagen, das heißt, die Perspektive erschafft ja auch das, worauf man dann guckt im Endeffekt, von daher will man es niemals wissen, wie es war, aber nichtsdestotrotz ist diese Tendenz, dass all diese äußeren Kämpfe internalisiert werden in den Menschen, die Gesellschaft und der gleichen, irgendwie sehr stark und was ich zum Beispiel behaupte, was durch den Kampfsport in dieser Art und Weise, wie ich den hier anbiete, sehr, sehr gut möglich ist, ist diese inneren Kämpfe wieder nach außen zu bringen. Das heißt, du hast einen Kampf, der die ganze Zeit in verschiedenen schemenhaften Arten und Weisen durch dich rumwabert, mal hier, mal da, aber du kriegst es nie wirklich zu greifen und dann, bam, endlich steht es mal vor dir und du weißt, oh Gott sei Dank, jetzt weiß ich endlich mal, womit ich mich beschäftigen muss, kämpferisch, damit ich dann den Rest des Lebens endlich mal von diesem permanenten Kampf befreien kann. Das wäre zum Beispiel eine Aussage, die ich dazu treffen würde, was da möglich ist, also es gibt Menschen, die mir da widersprechen, definitiv, aber das ist so, dass, was ich glaube, dass jeder die ganzen Tag kämpft, 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 kämpft. Und es hat nie eine Zeit gegeben, wo, was auf diese Art und Weise mehr gekämpft wurde als heute. Es gab vielleicht weniger äußere Kämpfe, aber ob das so eine gute Sache ist, klar, die Leute, die man im Kriegsgebiet fragt, wahrscheinlich schon, aber so, ne, für die Leute, die jetzt, die ich den ganzen Tag mit jedem Scheiß da im Kopf selbst betriegen, schwierig. Nimm nicht das Kriegsgebiet, sorry fürs Unterbrechen, nimm nicht das Kriegsgebiet, nimm einfach mal die ganzen Kämpfe gegen unseren Körper, gegen unsere Emotionen. Frust ist ein Job, abends zu viel saufen, der Hund wird geprügelt, man ist scheiße zu sein und schatzt sie zu Hause. Das Kind kriegt das mit. Das meine ich ja. Denkt sich, ich darf mich nicht äußern. Das Kind fühlt sich nicht gesehen. Das Kind hat irgendeine, so, und das sind diese ganzen verdammten Themen, wobei einfach jemand gesagt hat, hätte sagen müssen, Chef, dumme Idee, wir machen das anders oder das klappt nicht. Und da bist du wieder bei der Bereitschaft, in Konflikte reinzugehen, was wiederum bedeutet, dass du die Bereitschaft haben musst, dich zu spüren, sehr nah bei dir zu sein. Was hier unter anderem auch gelernt wird. Also ich glaube, dass dieses ganze System total miteinander zusammenhängt. Es gibt Menschen, die werden krankweise Konflikte unterdrücken, weil sie auf die falsche Weise leben. Wenn du das summierst, dieses Spiel, dann geht es immer, es wird total komplex, aber am Anfang steht ganz häufig irgendein unterdrückter Konflikt, eine nicht gesehene persönliche Empfindung oder ein hier, ich finde, okay, ich mache es anders. Und wenn du das weiterdenkst, bist du ein bisschen bei Kriegen. als Kompensation für irgendeinen Scheiß. Und deswegen glaube ich, dass diese Bereitschaft, in Konflikte reinzugehen, sie auszuhalten, durchzuhalten, dass das sau wichtig ist. Was meinst du mit in Konflikte reinzugehen? Genau, du meinst eher in äußere Konflikte reinzugehen. Beides hängt immer zusammen, äußere Konflikte und innere Konflikte. Das ist ein ständiges Spiel. Du kannst erst dann einen äußeren Konflikt in irgendeiner Form aushalten, wenn du bereit bist, einen inneren Konflikt zum Beispiel mit deiner Friedfertigkeit oder deinem, was weiß ich, einzugehen. Das ist ein ständiges Spiel mit sich selbst. Und was ich lernen durfte, glücklicherweise früh lernen durfte, ist, du hast Schiss, egal, hau trotzdem drauf und sag, hier stehe ich. Und das ist ein Muster. Ich bin diesem Mitschüler damals so dankbar für diese Erfahrung, weil das ein Muster ist, was sich seitdem durch mein Leben getragen hat. und eine gewisse Schmerzfreiheit bewirkt hat. Und wenn du sensibel bist, wenn du dich bereit bist zu spüren, wenn du merkst, ich bin auch Arzt, ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe, ich habe Medizin studiert, diese ganz traurigen Historien, die man teilweise sieht, wenn Menschen über Jahrzehnte hinweg falsch leben, sich nicht mehr bewegen, fressen, Frust, ganz viele schiefe Verhaltensweisen haben, sich gegen ihren Körper richten, chronisch krank werden, das nächste Leid hervorruft. Ganz häufig steht am Anfang irgendein ungelöster Konflikt oder irgendein Schmerz, der nicht transformiert wurde in die nächste Ebene. Ja, oder ein Kampf, der nicht gekämpft wurde. Oder ein Kampf, der nicht gekämpft wurde. Oder ein Kampf, der nicht gekämpft wurde. Und das war ja das, was ich eben meinte. Ich weiß nicht, inwiefern das bestätigend oder meine Aussage davor entgegen war. Nur eben diese Kämpfe, die äußerlich nicht mehr gekämpft werden und sich quasi verinnerlicht haben, sind ja das, was ich meine, als grundlegende Dynamik, es ist immer mehr diese inneren Kämpfe und nicht mehr die äußeren Kämpfe. Wenn du sagst, es ist die friedlichste Zeit aller Zeiten, äußerlich ja, innerlich weiß ich nicht sogar. Ich habe das Gefühl, die Leute werden immer stressiger und immer geladener, immer passiv-aggressiver. Natürlich ist die Passivität das vorherrschende Prinzip, aber da drin ist eine sehr große Aggressivität. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das die friedlichste Zeit aller Zeiten ist, sondern dass es einfach weniger klare Kämpfe gibt. Nicht, um jetzt irgendwie Kriegstreiber zu werden oder sowas, aber nichtsdestotrotz. Also wie gesagt, da kann ich, da möchte ich nichts dazu sagen, weil ich kann das so nicht beurteilen. Ich verstehe, was du meinst, aber würde mich nicht für kompetent halten, das zu kommentieren. Das ist schon, ich schon und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vorherrschendes Narrativ, diese unterdrückten Konflikte und so kam eine Faust in der Tasche, die geht aber irgendwie nie wieder auf. Das ist sehr krass. Ich glaube, dass sehr vieles, wenn du es in die Tasche steckst oder wenn du es unterdrückst, dass sehr vieles eigentlich aufgehen sollte. Und jetzt sind wir auch in, ich sage mal, Trauma erleben oder wenn Menschen irgendwann in ihrem Leben etwas Schlimmes widerfahren ist oder so. Das ist bei unserer Arbeit auch immer wieder, wenn wir zum Beispiel auf einer tiefen Coaching-Reise bemerken, dass plötzlich körperliche Prozesse anfangen, dass Menschen wegen einem Ding vor 30 Jahren auf einmal Energien, Schübe oder Wut oder Konvulsionen bekommen und die dann rauslassen, durch das nochmal durchgehen und sich dann hinterher über quasi wie so Dominosteine das restliche Leben neu aufsortiert und die kommen dann raus aus dem Prozess und sagen, was ist denn los, wo war die Energie, krass, plötzlich fühle ich mich besser, stärker und am Anfang steht ganz häufig so ein unverdrückter Konflikt oder ein nicht gekämpfter Kampf. Ja, genau. Also die Reaktion, also das ist ja auch das, was mit den Menschen so ein bisschen das große biologische Manko ist. Wir haben es extrem schwierig, uns wieder zu entspannen. Also die meisten Leute haben sich in irgendeinem Punkt ihres Lebens mal aufgrund von Stress und Belastung oder so sehr angespannt und dann diese Mechanismen betrieben, die damit zusammenhängen und sich dann nie wieder entspannt und fühlen Leben quasi auf Basis dieser Anspannung fort und jede Entspannung setzt wieder und rückt die Energien frei, dass ja auch das Persönliche Hypnose eigentlich das Einzige ist, was da gemacht wird. Du findest diesen Punkt, wo sich irgendwann mal so eine starke Anspannung gebildet hat, diese Dissoziation, die damit zusammenhängt, löst die wieder auf und dann fließt das frei, was dann da unterdrückt war. Egal, Tolle würde vom Schmerzkörper sprechen, den du irgendwo finden musst und den du den was? Den vom Schmerzkörper. Ja, was macht man da mit dem Schmerzkörper? Den wirst du irgendwie transformieren, den wirst du in irgendeiner Form, wirst du den akzeptieren, durchgehen und den transformieren. Ja, habe ich nicht gelesen, aber das ist ja ein recht einfaches und auch wirksames Prinzip, von daher macht es schon Sinn. Aufwand, sowas ähnliches ist es ja hier auch. Du hast deinen Schmerz, du musst dir durch die Schmerzen durchgehen. Das ist ein Thema, das wir dann mal hatten. Also inwiefern, Kampfsport ist auch eine andere Frage, inwiefern das, selbst wenn man es auf die Art und Weise macht, die ich jetzt hier propagiere, wo es darum geht, das wirklich zu konfrontieren, da wirklich tief reinzugehen und nicht nur auf dieser seichten Ebene zu bleiben, die sich da mittlerweile so etabliert. Selbst dann ist es immer noch die Frage, ist das jetzt therapeutisch? Weil so was wäre Therapie in dem Kontext? Wäre Therapie, diesen Schmerz zu konfrontieren, sich an diesen Schmerz zu begeben und dann anders damit umzugehen? Oder wäre es, diesen Schmerz aufzulösen, um es danach gar nicht mehr zu müssen? Weil meiner Meinung nach, dieser Umgang, das ist irgendwie so, wenn man jetzt von der Sicht der Verhaltenstherapie spricht, könnte man davon therapeutisch nennen, aber das ist für mich eigentlich eher so eine komische Zwitterversion zwischen Coaching und Therapie, so ein misionitisches Bastardwesen, was so opportunistisch die Seiten wechselt, so ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Coaching, jetzt gehen wir mal ein bisschen, warum ist es so, also was machen wir jetzt? Aber irgendwie, dieser Umgang löst nie wirklich das auf, womit umgegangen wird. Der Umgang erhält das immer, der stützt immer das Grundprinzip. Und auch beim Kämpfen, du kannst dich während des Kampfes zumindest nicht fragen, so oh Gott, warum habe ich dieses Gefühl gerade überhaupt? Das hat dich ja irgendwie sehr klar nach außen projiziert, aber nichtsdestotrotz, so ist das nur eine mögliche Meinung nach, das überhaupt erst einmal anzusprechen, was du dann damit machst. Das ist ein Prozess, der nachträglich passieren muss. Der Kampfsport selber ist für mich nur insofern therapeutisch, dass er dafür eine Grundlage schafft, dass du weißt, was da ist. Nicht, dass der Kampfsport oder das Kämpfen damit selber irgendwas macht. Das ist nur so ein Trigger, der das hochholt. Also ich selber habe den Begriff der Therapie eigentlich seit Jahren aufgegeben, weil ich glaube, dass es immer irgendwie von, also du hast auch hier eine Range zwischen Therapie, da ist ein Trauma, da ist irgendwas Schlimmes, wir gehen alle damit unterschiedlich um, wir haben verschiedene Intensitäten von Traumata oder von schlimmen Dingen erlebt, bis hin zu Coaching, ich werde besser. Und auch dazwischen ist wieder ein Kontinuum, ich schaue lieber in die Richtung, wo möchte ich hin, was geht besser, weil ich aus einer Welt, ich habe auch therapeutische Ausbildung, Psychiatrie gearbeitet, der das Arzt und so, ich habe auch mal im tiefenpsychologischen Institut übrigens promoviert, ich halte diese ständige Beschäftigung mit was kommt woher etc., dieses ständige Zwiebelschalen schälen, also was ist die Schicht darunter, was ist die Schicht darunter, was ist die Schicht darunter, ab einem gewissen Punkt für kontraproduktiv. Und man hat auch ganz schnell so einen totalen Stigma drauf, ja, ich bin aggressionsgehemmt oder ich bin depressiv oder ich bin schwach oder sowas. Und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht mehr über Therapie sprechen, wenngleich mir bewusst ist, dass bestimmte Dinge einfach therapeutische Effekte haben. Und es hat fucking normal therapeutische Effekte, wenn du ein Schisser bist und sagst, okay, jetzt kriege ich auf die Mütze und ich überlebe das und ich gehe da durch und dann ist das ein Stück weit Therapie. Wie du es nennen magst, ist scheißegal, ich sage lieber Coaching dazu. Nochmal? Ich sage lieber Coaching dazu. Ja, ob das jetzt Therapie ist oder ob das, weil wir Menschen alle, also Therapie oder Coaching ist schon wieder so ein Label. Wir Menschen sind alle unterwegs von irgendwo hin zu irgendwo hin und in der Regel wollen wir, dass es uns besser geht als vorher. Und auf welche Weise ist mir vom Namen her ziemlich egal. Ja, klar. Das ist jetzt auch, wie gesagt, ein nachträglicher Effekt, der auch irgendwie so ein bisschen Luxus ist, wenn wir die Zeit haben, darüber nachzudenken. In der Sekunde selber ist es scheißegal und da sollte man sich auch nicht damit beschäftigen. Ist das keine Coaching, ist das keine Therapie? Ist aber trotzdem, um das zu reproduzieren, um das auch zu beschreiben und dann wiederum anzuwenden, ist es natürlich sehr wichtig. Ich finde das sehr spannend, also bei uns zum Beispiel in unseren Retreats, ja, da kommen Menschen, die sind gestanden, mitten im Leben, erfolgreich und so weiter und so fort. Aber die haben das Gefühl, so sie stehen bei 80 Prozent von dem, was sie können. Ganz häufig so, da ist doch irgendwie ein bisschen mehr. Ja, was ist da noch mehr? Dann gehst du rein, plötzlich siehst du beim gesündesten, super Performer, oh, da hat was wehgetan, oh, da ist dieses, da ist jenes. Du gehst rein, knack, wumm, wachst auf, denkst dir, what the fuck, woher kommen diese Energien? Und ob das jetzt so eine Form von Retreat ist oder ob das jetzt hier eine, was weiß ich, eine Verhaltenstherapie, ob das eine Hypnose ist oder ob das hier eine Erfahrung in deinem Gym ist, bei Milk and Honey, ist relativ wurscht. Ich glaube, dass man sich diesen Themen stellen darf und das ist für mich, wie gesagt, wie so eine Lebensaufgabe, die ich jetzt seit einem Vierteljahrhundert habe, dass ich Menschen irgendwie dahin schubsen möchte, dass das eben möglich ist und dass jeder seinen eigenen Kampf letztlich, dass jeder seinen eigenen Kampf gegen sich selber kämpft. Okay, um das nochmal zu schließen, du hast zum Beispiel jetzt nicht das Gefühl, das gerade selber zu tun oder nur auf eine andere Art und Weise, als du das ohnehin schon tust. Gegen mich selber, natürlich kämpfe ich gegen mich selber. Du wirst mich gleich wieder im Training wieder sagen, und nochmal, und nochmal, und jetzt drei Minuten. Und ich denke, natürlich. Also, weil das eben sich so angeht, als ob das jetzt nichts wäre, was da bei dir irgendwie neu reinkommt, also eine neue Art und Weise von Kampf ist, weil das ist natürlich, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Prozess jetzt, weil wir uns gerade momentan noch an dieser Vorbereitungsvorbereitung aufhalten, also wir bereiten uns quasi auf die harte Zeit vor sozusagen, dass die technischen Skills sind ja noch dabei, deine Technik, dein Muskeltechnik zu trainieren, dass du die Sachen im Körper hast und abgespeichert hast, die du anwenden musst, wenn es dann soweit ist. Aber es ist noch nicht soweit, noch ist es nicht so hart, wie es mal sein wird. Ich bin sehr, sehr gespannt und vor allem dann auch als höchsten Punkt dieses Weges den Kampf selber. das ist richtig geil. Das ist auch was sehr, sehr anderes. Ich bin mal gespannt, ob du danach das noch so beschreibst oder ob das was anderes ist. Ich freue mich darauf. Ich werde mich darauf einladen. Wie beschreibt man zum Beispiel, das ist ja immer so ein Vergleich, den ich setze, wie beschreibt man eine psychedelische Erfahrung? Wie beschreibe ich jemanden, der es noch nicht gemacht hat, eine psychedelische Erfahrung? Oder wie beschreibe ich, wenn ich es noch nicht gemacht habe, einen Kampf? Das ist sehr, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch dazukommt, zwar an Erfahrungen, aber da können wir Also meine Kämpfe sind bislang nur Straßenkämpfe gewesen. Auf das kann ich zurückgreifen als Erfahrung. Ja, da spielen immer ganz viele Dimensionen noch mit. Also auch das beim Boxen hat wieder weniger oder mehr von manchen Sachen. Aber das beim, wenn du da wirklich sagst, okay, 3, 2, 1, wie seid ihr beide bereit? So, wo ihr beide jetzt 100 Prozent, da hast du diesen psychologischen Vorteil zum Beispiel nicht mehr so direkt, wie wenn es der erste schlägt, gewinnt, sowas. Das ist richtig pure Form. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Übrigens auch ein sehr schöner Trick, der erste, der schlägt. Immer. Deswegen auch Kampfsport und die Teiljungen sind so verschiedene Schuhe. Wenn ihr den Straßenstress habt, immer zuerst schlagen. Das habe ich dann auch gelernt. Alles gut, Bruder, alles gut, alles gut, alles gut. BAM! So, machen wir Feierabend. Wir müssen trainieren. Jawohl. Das ist ja ich für uns. für uns. Ich kann es und ich kann es Und я die Einbogen oder die Einbogen los oder was bisse- und tatsächlich